Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Almut von Tresco. Ich bin Mitglied im Vorstand der Polytechnischen Gesellschaft und begrüße Sie sehr herzlich, sowohl hier im Saal als auch an Ihren Bildschirmen, wo Sie uns im Livestream oder zeitversetzt folgen können. Die Biene, meine Damen und Herren, gilt als fleißig, sparsam und intelligent. Ein Bienenvolk wirtschaftet nachhaltig, indem es Wintervorräte anlegt, mit minimalem Materialaufwand kleine, standardisierte Einzimmerwohnungen baut und es organisiert sein Gemeinschaftsleben als gut funktionierenden Staat. Aus gutem Grund also hat vor 200 Jahren die von der Polytechnischen Gesellschaft gegründete Sparkasse von 1822 den Bienenkorb jahrzehntelang als Firmen-Signier gewählt. Zudem hat die PTG 1937 das Institut für Bienenkunde gegründet. Logisch, dass auch unser aktuelles Logo noch an einen Bienenkorb erinnert. Das Thema Nachhaltigkeit begleitet also die Polytechnische Gesellschaft seit mehr als 200 Jahren. Es ist ihr in die Wiege, nein, in den Korb gelegt. In dieser Tradition beleuchten wir in unserer aktuellen Vortragsreihe Frankfurt Next Generation das Thema Nachhaltigkeit unter verschiedenen Aspekten. Heute Abend geht es unter dem Titel »In ewiger Schuld« um die nachhaltige Finanzierung der Kommunen. Schließlich wird es sich in den Städten entscheiden, ob es uns gelingt, ein nachhaltiges Gesellschaftsmodell zu verwirklichen. Die große Transformation muss finanziert werden. Wahrlich, ein dickes Brett. Doch nur ein kleiner Anteil der Ausgaben fließt in Zukunftsinvestitionen. Hinzu kommen neue Krisen, für deren Bewältigung zusätzliche Mittel mobilisiert werden müssen. Wie das gehen kann, darüber diskutieren heute der hessische Minister der Finanzen Michael Boddenberg, der Frankfurter Stadtkämmerer Dr. Bastian Bergerhoff und der Finanzwissenschaftler Prof. Dr. Alfons Weichenrieder, welcher mit einem Impulsvortrag ins Thema einführt. Frau Dorothee Holz, ARD-Finanzredakteurin, wird die Akteure des heutigen Abends näher vorstellen und die Diskussion moderieren. Ihr übergebe ich jetzt das Wort. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier Sie begrüßen zu dürfen, aber natürlich auch die an den Bildschirmen zu Hause, live oder zeitversetzt, die ZuschauerInnen. Und ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie nach der Podiumsdiskussion alle Fragen stellen können, hier im Publikum, aber auch zu Hause. Ja, wie unterschiedlich man doch auf Schulden bzw. Verschuldung blicken kann. Bis vor ein paar Jahren hatte Deutschland aus Sicht vieler, vor allem angelsächsischer Ökonomen, ein ganz großes Problem. Das Land würde zu wenig Schulden machen, zu viel sparen. Deutschland sei besessen von der schwarzen Null. Und das verhindere Investitionen in die Zukunft. So lautete der Vorwurf des amerikanischen Nobelpreisträgers Paul Krugman. Das sagte er Ende 2019. Doch seitdem hat sich die Welt gewaltig verändert. Die Corona-Pandemie. Jetzt der Krieg in der Ukraine haben weltweit zu Rekordschulden geführt. Auch in Deutschland steigt die Staatsverschuldung in nie gekannte Höhen. Sondervermögen werden aus dem Nichts hervorgezaubert. Ein Wumms folgt auf den nächsten. Im Unterschied zu 2019 gibt es das Geld aber nicht mehr umsonst, bis zu Null oder sogar zu Negativzinsen. Denn die Preise sind dramatisch gestiegen und damit auch die Zinsen. Jetzt hört man plötzlich auch von bekannten amerikanischen Ökonomen laute Warnungen vor einer Schuldenkrise. Schulden, Schuld, auf Teufel komm raus, Schulden machen. Im Deutschen ist das moralisch aufgeladen. Ohne Schulden, ohne Kredite kann ein Gemeinwesen aber nicht funktionieren. Doch bedient man damit nur weiter steigende Ausgaben, stopft also Löcher oder baut man etwas auf für die Nachfolgegenerationen? Steht die Schuld oder steht die Chance auf einen nachhaltigen Wandel im Vordergrund? Kurzum, wie gelingt eine nachhaltige Finanzierung auf Landes, aber vor allem auch auf kommunaler Ebene? Und darüber wollen wir heute diskutieren. Und ich kann mir heute das Gendern sparen, denn es sind ausschließlich Herren der Finanzen um mich herum versammelt. Und ich beginne mit Herrn Michael Boddenberg, dessen politischer Werdegang in Frankfurt begann. Seit April 2020 ist er hessischer Finanzminister. Zuvor war er Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag und von 2009 bis 2014 vertrat er als hessischer Minister für Bundesangelegenheiten das Land. Beim Bund in der CDU Hessen begleitete er verschiedene Ämter, Generalsekretär, Geschäftsführer. Und er hat keine klassische deutsche Politikerkarriere gemacht. Jurastudium, Berufspolitiker. Der Polytechniker Michael Boddenberg hat Erfahrungen als mittelständischer Unternehmer und hat den Meister im Fleischerhandwerk gemacht. Und bestanden die Prüfung. Bestanden, das ist wichtig, genau. Mit Herz und Seele Frankfurter, das sagt Dr. Bastian Bergerhoff über sich selbst. Er ist seit 2021 Stadtkämmerer und Dezernent für Finanzen, Beteiligung und Personal. Also Herr über die städtischen Einnahmen und Ausgaben. Er ist studierter Physiker, hat auch Erfahrungen in der Privatwirtschaft gesammelt, als IT-Spezialist unter anderem bei der Telekom. Bei den Grünen hatte er verschiedene Ämter auf kommunaler und auf Landesebene inne, insbesondere als Vorstandssprecher in Frankfurt. Von der Praxis kommen wir in die Wissenschaft. Prof. Dr. Alfons Weichenrieder ist seit 2002 Professor für Finanzwirtschaft an der Goethe-Universität, kennt sich mit öffentlichen Finanzen bestens aus, auch in seiner Funktion, als stellvertretender Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Finanzen, also quasi ein Herz, muss man fast sagen, in Berlin. Seit 2010 ist er auch Gastprofessor am Promotionsprogramm International Business Taxation an der Wirtschaftsuni Wien und er ist federführender Herausgeber der Zeitschrift Finanzarchiv. Er wird uns jetzt in einem Impulsvortrag durch die Welt der Schulden führen, die zum einen Schmerzen bereiten, womit man aber auch etwas gewinnen kann. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich herzlich für die Einladung und habe eigentlich ganz gute Nachrichten dabei. Es wird gar nicht so schlimm. Ich habe mir erst gedacht, naja, bei polytechnischer Gesellschaft muss man da viel Technik machen, also muss ich jetzt viele Hamiltonian Functions zeigen und dynamische Optimierungen und so. Der Physiker würde sich freuen, aber ich habe mich dann doch entschieden, das Ganze ein bisschen, den Ball ein bisschen flach zu halten und einfach so versuchen, so einfach wie möglich meine Draufsicht auf die derzeitige Situation zu bringen. Und ich habe es überschrieben, diesen Vortrag eben hier mit hohen Inflationen bei moderaten Zinsen. Das bedeutet kurzfristig vielleicht ein bisschen knirschen, aber langfristig eben durchaus eine Entlastung. Ich werde über folgende Themen kurz sprechen hier. Ich versuche so ein bisschen eine Ausgangsbasis zu zeigen. Wie geht es eigentlich Frankfurt? Kommen wir auf dem letzten Zahn daher oder geht es eigentlich ganz gut? Dann will ich ein bisschen Bezug nehmen auf eigentlich den Übertitel der Veranstaltung in ewiger Schuld. Und meine Schlussfolgerungen sind, naja, ein bisschen Schulden darf man immer haben, gar kein Problem. Aber wichtig ist, dass sie nicht aus dem Ruder laufen. Und da ist eine effektive Finanzaufsicht ganz wichtig, eine Kommunalaufsicht. Und dann komme ich zu dem Phänomen der höheren Inflation und der positiven Nominalzinsen. Eben Short-Term Payne, Long-Term Gain. Und werde schließen mit einem Ausblick, was das eigentlich heißt für das andere große Nachhaltigkeitsthema, das wir ja in der Gesellschaft haben, nämlich die Dekarbonisierung. Also wie schaut es denn eigentlich aus mit den Schulden des Kernhaushalts? Hier ist die schwarze Kurve Frankfurt. Und das ist jetzt ganz einfach gezeichnet. Ich habe die Schuldenstände von ein paar unwichtigen Städten in Deutschland neben Frankfurt hier noch aufgezeichnet. Das sind also zwei Städte, die ein bisschen kleiner sind, Stuttgart und Düsseldorf. Und zwei, die ein bisschen größer sind, München und Köln. Und die schwarze Linie steht ein bisschen hier für die Stadt Frankfurt. Und wir sehen, naja, nominal hat es sich ein bisschen erhöht. Aber das ist im Prinzip kein Problem, weil, wenn man das mal in Verhältnis setzt zu den jährlich normierten Gewerbesteuereinnahmen, dann gehen für die meisten Städte, in großen Städte in Deutschland, die Werte doch beruhigend nach unten. Und auch in Frankfurt ist das, wir hatten ein bisschen einen Blip nach oben in der Corona-Krise, aber das ist ja normal. Jetzt kann man natürlich sagen, der Kernhaushalt ist nicht alles. Und das muss ich jetzt hier sagen, sonst sagt mir der Kämmerer, ich hätte ja meine Hausaufgaben gar nicht richtig gemacht. Also es gibt ja nebenbei noch die Schulden der Eigenbetriebe und die Schulden der Eigengesellschaften. Und wenn man dann hier so guckt, wo steht Frankfurt im Konzert der großen Städte? Naja, dann sind wir so auf einem soliden Mittelplatz. Frankfurt hat relativ viele Schulden im Kernhaushalt und dafür weniger in den Eigenbetrieben und Eigengesellschaften. Das sind hier also Vergleichszahlen, die mal aufgeführt worden sind für 2019. Und wenn man schon auf Kante genäht ist, dann ist es natürlich schwierig mit einem Schock, mit irgendwas Unerwartung. Es ist auch interessant, wo ist man denn mit den Steuersätzen und der wichtigste Steuersatz einer Kommune in Deutschland, zumindest da, wo die meisten Steuereinnahmen reinkommen, ist eben die Gewerbesteuer, gerade für eine Stadt wie Frankfurt. Auch hier sehen wir über die Zeit eher eine fallende Tendenz bei 460. Das ist also gerade in der Mitte dieser vier Städte. Da sind wir noch nicht am Plafond angekommen, da wäre im Zweifelsfall auch noch ein bisschen Luft drin. Also insgesamt, wenn ich von der Vogelperspektive mal auf Frankfurt drauf gucke, dann würde ich also hier erst einmal Entwarnung geben. Trotzdem ist es natürlich so, dass öffentliche Gebietskörperschaften immer auch mit Schulden fahren. Wenn man jetzt nicht gerade Stuttgart ist, das also tatsächlich seit ein paar Jahren seinen Kernhaushalt in den Schulden auf Null gefahren hat, dann gibt es also immer Schulden. Und die Frage ist, ist das schlimm? Und meine Antwort darauf, das ist grundsätzlich nicht schlimm. Man kann es begründen, beispielsweise mit der goldenen Regel der Finanzwissenschaft. Hat mal ja auch jemand aufgestellt, der hier im Frankfurter Raum geboren ist. Richard Musgrave, ein großer Finanzwissenschaftler, leider seit ein paar Jahren tot. Aber der ist hier von Frankfurt in die Welt und war dann in Harvard. Der hat also ein wichtiges Lehrbuch geschrieben. Und da kommt die goldene Regel der Finanzwissenschaft auch vor. Aber wenn man so viel Schulden gerade macht, wie die Netto-Neuinvestitionen umfangen, dann hinterlässt man eben nicht nur Schulden, sondern eben auch zusätzliche Infrastruktur der nächsten Generation. Das heißt also, es ist eine gewisse Fairness gegenüber der nächsten Generation. Man hinterlässt eben nicht nur die Schulden. Und wie schaut das jetzt aus bei den Kommunen? Braucht man da eigentlich jetzt eine Schuldenbremse oder eine Regel, damit das nicht passiert? Und auch da ist die Antwort eigentlich ganz beruhigend. Das passiert bei den Kommunen fast automatisch. Man hat früher in der Kameralistik eben Unterschieden zwischen einem Vermögenshaushalt auf der einen Seite und einem administrativen Verwaltungshaushalt auf der anderen Seite. Und die Regel war, man darf die Kredite aufnehmen, um die Investitionen zu finanzieren. Aber man darf keine Kredite aufnehmen, zumindest keine langfristigen, um den laufenden Haushalt auszugleichen. Insofern hat man tendenziell in der deutschen Finanzverfassung diese goldene Regel bei den Kommunen zumindest integriert. Wir hatten sie ja auch bis 2009 im Bund integriert. Da gab es also den Artikel 115 des Grundgesetzes. Und da stand drin, naja, der Staat darf also Schulden machen, aber möglichst nicht höher als die Investitionen des Bundes. Und außer es ist ein makroökonomisches Ungleichgewicht, was immer das sei. Meinen Sie, wie oft dieses makroökonomische Ungleichgewicht ausgerufen worden ist? Das ist dann ganz klar. Und natürlich noch ein anderes Problem ergibt sich, wenn man sagt, du darfst Schulden aufnehmen im Umfang von deinen Investitionen. Was passiert dann? Naja, das Nächste ist, dass dann der Investitionsbegriff so ein bisschen ausleiert. Man nennt dann möglichst alles Investitionen. Bei den Kommunen ist es eigentlich viel einfacher. Man sagt, du darfst Kredite aufnehmen für die Investitionen. Die kann man auch relativ gut abgrenzen. Und dann geht es also darum, ob darüber hinaus noch Kassenkredite sich praktisch anhäufen über die Zeit. Das sind Kassenkredite, das sind Kredite, die eigentlich gedacht sind dafür, so Schwankungen zwischen dem Steueraufkommen und den Ausgaben auszugleichen. Aber, naja, wenn man nicht von der Kommunalaufsicht aufpasst, dann kann es eben sein, dass die Kassenkredite zur Regel werden und halt so schön über die Zeit wachsen. Wie schaut es da aus in den deutschen Großstädten, die ich vorher auch schon hatte? Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, Köln, München. Und da sieht es eigentlich gut aus. Hier die schwarze Linie, die geht bei mir bloß bis 2021. Aber wenn man auf die Seiten der Stadt Frankfurt kommt, dann würde mich sonst der Kämmerer gleich berichtigen. Also Ende 2022 gab es in Frankfurt keine Kassenkredite. Man hat also nur Investitionskredite. Und die aus den Gründen, die ich gerade geschildert habe, goldene Regel, die sind auch grundsätzlich in Ordnung. Was allerdings schon passiert mitunter ist, dass das doch aus dem Ruder läuft. Und es läuft halt dann aus dem Ruder, wenn die kommunale Finanzaufsicht nicht richtig funktioniert. Hessen hat da, kann man sagen, so ein bisschen mittelprächtige Erfahrungen gemacht. Man hat dann also irgendwann gesehen, okay, da läuft viel auf an Kassenkredite. Und man hat dann die 104 Gemeinden ja entschuldet und im Gegenzug dann einer härteren Aufsicht unterzogen. Insbesondere hat man gesagt, naja, die Landkreise, die sollen das jetzt bei denen Gemeinden, die da praktisch jetzt so ein Bailout bekommen haben, die sollen nicht mehr vom Landrat beaufsichtigt werden, sondern das skalieren wir hoch, gehen wir auf die Regierungspräsidiumsebene. Und das ist auch letztendlich ganz gut, weil am Ende des Tages sind die Gemeinden verfassungsrechtlich natürlich Teil des Landes. Und weil das so ist, haftet am Ende des Tages das Land. Und wenn jemand am Ende des Tages haftet und nicht drauf guckt, dann wird er sich umschauen. Also Sie können, wenn Sie irgendwie in der Abteilung oder wo immer Sie sind, wenn Sie sich zwei Welten denken, in der einen sagen Sie, ja, jetzt zahlt mal euer Essen beim Betriebsausflug selber. Und wenn was übrig bleibt, dann zahle ich es. Und das andere ist, Sie sagen, nee, ich habe keine Kreditkarte dabei. Also die zwei Situationen werden ein unterschiedliches Ausgabenverhalten bei Ihren Kollegen mit sich bringen. Und so ist es halt eben auch oft bei den Kommunen. Es gibt das Problem der Weichenbudgetrestriktion. Wenn ich die Hoffnung habe, dass jemand anders für meine Ausgaben zahlt. Ich kann mich erinnern, vor wahrscheinlich 15 Jahren hatte ich mal ein Gespräch mit dem damaligen Senator für die Finanzen des Landes Berlins. Er ist dann nachher ein bisschen so öffentlich in Ungnade gefallen, hat komische Bücher geschrieben, aber sei es mal drum. Ich habe ihn dann gefragt, naja, wie ist denn das? Glauben die Leute in Berlin, dass am Ende des Tages der Bund hilft? Und er meinte, naja gut, also Sie werden uns schon nicht hängen lassen. Und was passiert ist? Das ist Geschichte. Das ist das Beispiel Berlin, das ich hier an der Tafel habe. Ich habe hier drei Stadtstaaten. Die oberste Linie ist Berlin. Berlin, die geht also seit der Vereinigung die Schulden nach oben. Ich habe da also die Schulden nicht als Schulden selber, sondern als Logarithmus der Schulden. Das ist also eine Transformation, die dadurch bewirkt, dass die Steigung dann so eine Wachstumsrate darstellt. Das ist ganz hilfreich manchmal. Und dann habe ich noch zwei andere Städte, Stadtstaaten hier, Hamburg und Bremen. Und man sieht also, die Schulden von Berlin, die wachsen so vor sich hin bis 2006. Und dann ist Schluss. Dann stagnieren sie. Was ist in 2006 passiert? Naja, Berlin hat sich also da in diesen Nullerjahren gedacht, naja, irgendjemand kommt schon für unsere Schulden auf. Wir zollen die gar nicht selber zurück. Und dann haben sich die angehäuft und sie haben auch gedacht, naja, sie ziehen dasselbe Trick ab wie Bremen und Saarland. Die Bremener und die Saarländer, die waren also da in den 90er Jahren schon ziemlich klamm. Und dann haben die gesagt, naja, wir haben also jetzt eine Haushaltsnotlage und wir ziehen vor den Kadi. Wir ziehen nach Karlsruhe vor das Bundesverfassungsgericht. Und dann hat also das Bundesverfassungsgericht 1992 gesagt, ja, das ist eine Haushaltsnotlage. Und diese zwei Bundesländer, Bremen und Saarland, die sind hilfsbedürftig. Danach gab es dann etwas, das hat einen tollen Namen, ich erzähle das immer meinen ausländischen Gaststudenten, das ist vielleicht eines der längsten Wörter, Bundesergänzungszuweisungen im Finanzausgleich. Und die haben das gekriegt. Und dann hat Berlin gedacht, naja, was die können, können wir auch. Wir sind jetzt auch hochverschuldet. Wir gehen auch nach Karlsruhe. Und was ist passiert 2006, dass die Kurve nicht weiter wächst, sondern tatsächlich so aussieht, wie sie aussieht? Das Verfassungsgericht hat die Berliner wieder heimgeschickt. Und hat gesagt, ja, wir haben das mal auch bei Bremen und Saarland gesagt. Es gibt also diese Solidarität, aber die ist nicht grenzenlos. Ihr müsst vorher eure Hausaufgaben machen und wir gucken da drauf und wir schauen, was die Hamburger an Ausgaben haben. Und wir schauen drauf, was ihr an Ausgaben habt. Und da klafft eine Lücke. Ihr habt einfach eure Hausaufgaben noch nicht gemacht. Das heißt, Karlsruhe hat Berlin nach Hause geschickt. Und das erklärt dann wohl auch den Verlauf der Kurve. So kann man sich mal vor Augen führen, was passiert, wenn eben die Budgetbeschränkungen weich sind. Dann hat man nicht irgendwie nur ein Problem in Europa mit möglicherweise Griechenland oder so. Wir haben das Griechenland schon intern in Deutschland. Wir sollten nicht zu hochnäsig sein. So, jetzt haben wir aber eine gewisse neue Situation. Die Frau Holz hat es ja eingeführt. Wir haben sowohl jetzt höhere Inflation als auch höhere Nominalzinsen. Und wenn man über die Inflation spricht, dann macht man sich vielleicht normalerweise gar nicht so viele Gedanken, wie man die so misst. Und jetzt ist es aber wichtig, dass man mal auseinanderbröselt, von welcher Inflation das man eigentlich spricht. Was man normalerweise unter Inflation versteht und was wir messen, ist so ein klassischer Konsumentenkorb. Wir kaufen also jedes Monat denselben Korb oder das macht für uns das Statistische Bundesamt. Und dann guckt man, wie viel mehr Geld braucht man, um den gleichen Warenkorb zu kaufen. Das ist also der Konsumentenpreisindex, der dann über die Zeit sich verändert. Eine andere Geschichte, das macht das Statistische Bundesamt auch für uns, das müssen wir jetzt selber machen, ist den sogenannten GDP-Deflator, also den Deflator des Bruttoinlandsprodukts zu messen. Das ist also die Preissteigerungsrate der Produkte, die wir selber tatsächlich produzieren und nicht importieren. Normalerweise gibt sich das nicht viel. Also hier diese blaue und die rote Kurve, die tanzen da in meiner Grafik für Deutschland so umeinander rum und es ist eigentlich, die halten so ein bisschen Händchen. Und was jetzt am aktuellen Rand passiert, ist, dass die enorm auseinanderschießen. Wir haben also eine Konsumentenpreisinflation, die also über 10 Prozent in der Spitze ist, jetzt im vierten Quartal 2022. Wenn wir aber auf die Inflationsrate gucken, die dann tatsächlich bei dem, was wir selber produzieren, anzuwenden ist, dann sind wir also bei guter Hälfte, bei 60 Prozent. Dann sind wir also bei 6 Prozent. Und das ist eine entscheidende Geschichte, weil wir am Ende des Tages etwas, was wir auch immer ausrechnen wollen, sind ja Realzinsen. Nominalzinsen ist interessant, aber jeder, der schon mal ein Haus gebaut hat, weiß, naja, er hofft halt, dass das Einkommen mit der Inflation mitwächst und dass deshalb über die Zeit diese Zinsen nicht mehr so wehtun. Aber die Frage ist, womit können wir in der Zukunft rechnen? Mit welcher Rate wachsen unsere Einkommen mit? Wachsen sie mit mit den Preissteigerungsraten für Gas? Oder wachsen sie mit doch eher mit der blauen Kurve? Und hoffentlich bewegen sich die mal wieder zusammen. Aber jetzt haben wir also durchaus hier eine Frage, von was wir überhaupt reden. In dieser Grafik habe ich Ihnen mal das große Picture, also das große Bild abgetragen. Und da habe ich tatsächlich dann jeweils, verwende ich auch immer das Bild in meinen Vorlesungen. Darum hatte ich also hier schon mal einfach immer schon den BIP-Deflator genommen. Und dann sieht man, wie so diese Differenz zwischen der blauen Linie, das sind die Nominalzinsen, und dem Realzinsen sich so aufmachen über die Zeit. Man sieht große Unterschiede so bis zu den 90er Jahren. Ende der 90er Jahre ist dann ein bisschen verspätet das eingetreten, was man in Amerika the Great Moderation nennt. Also die Abnahme der Inflationsraten. Und es geht dann beides miteinander runter. Und es war jetzt die letzten Jahre ganz komfortabel für die Finanzminister und die Kämmerer, weil eben die Nominalzinsen nach unten gegangen sind. Und teilweise auf der Bundesebene dann der Finanzminister sogar was kriegt dafür, dass er Geld verleiht. Die Zinsen sind teilweise sogar ins Negative gegangen. Und jetzt ganz am aktuellen Rand, das ist jetzt eingekreist, haben wir also so ein Auseinandergehen. Wir haben eine leichte Erhöhung der Nominalzinsen, die ist aber noch nicht so furchtbar dramatisch. Und wir haben ein Aufgehen der Inflation. Und jetzt kommt wieder die Frage, was für eine Inflation? Die durchgezogene Linie deutet also den BIP-Deflator an, die Rate, mit der unsere eigene Produktion teurer wird. Und wenn ich also jetzt nur den Konsumentenpreisindex nehmen würde, dann wären wir unten jetzt am aktuellen Rand bei diesem roten Punkt da. Wir hätten einen Realzins von fast minus sieben Prozent. Und das sind goldene Zeiten für einen Kämmerer. Weil die reale Last dieser Zinsen oder der Schulden mit dieser Inflation eben runtergeht. Und klar muss man aktuell ein bisschen mehr zahlen, short-term pain. Aber letztendlich wird man gerade ganz nebenbei real entschuldet. Das kann man auch nochmal sich an der Saldenmechanik des öffentlichen Haushalts einer Kommune vorstellen. Also wir haben in der hessischen Gemeindeordnung ein Paragrafen, der im Wesentlichen sagt, dass die ordentlichen Erträge gleich den ordentlichen Aufwendungen sind. Und dann kann man da Listen anfügen auf der linken und der rechten Seite. Was sind denn jetzt da die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen? Und dann ist einer Posten auf der rechten Seite bei den ordentlichen Aufwendungen eben die Zinsen. Und wenn jetzt die Nominalzinsen nach oben gehen, dann wird die rechte Seite länger. Aber die beiden Seiten dürfen nach der hessischen Gemeindeordnung gar nicht unterschiedliche Längen haben. Sonst habe ich ja ein Defizit. So, also muss entweder, müssen die anderen Ausgaben sinken oder die Einnahmen müssen steigen. Ich kann Hebesätze erhöhen oder ich kann hoffen, dass die Unternehmen jetzt so rentabel gerade sind, dass das gar nicht notwendig ist. Aber eins von den zwei schwarzen Pfeilen muss einfach passieren, damit das Ganze im Lot bleibt. Und das ist das, was ich meine mit Short-Term-Pain. Die Nominalzinsen sind kurzfristig natürlich eine Belastung, wenn man gebunden ist an diesen Budgetausgleich. Gleichzeitig, wenn man noch Schulden hat, dann werden einem die real mit der Inflation zurzeit getilgt. Und die werden getilgt natürlich nicht immer. Wenn also jetzt der Realzins gar nicht fallen würde, wie mein Bild, dann wäre es natürlich nicht so, wenn der Nominalzins so weit steigt, dass er den Realzins dann hochzieht. Dann wäre das Spielchen vorbei. Aber so ist es nicht. Zum einen hat man ja noch bestehende Kredite, die man für Jahre festgelegt hat im Zins. Und zum anderen gibt es, selbst wenn die Zinsen ausgelaufen sind, also wenn die Kreditbindung, da Zinsbindung ausgelaufen ist, gibt es eben erfahrungsgemäß den Effekt, dass die Nominalzinsen die Erhöhung der Inflationsrate nicht vollkommen mitmachen. Es gibt viele theoretische Papiere, die sagen, es sollten es eigentlich machen. Unter denen, die mal Wirtschaftswissenschaften studiert haben, die erinnern sich vielleicht noch dunkel an den sogenannten Fischer-Effekt von Irving Fischer, der gesagt hat, naja, eigentlich müssten damit die Realzinsen ja konstant bleiben. Theoretisch für einen Prozentpunkt mehr Inflation eben auch die Nominalzinsen um einen Prozentpunkt zunehmen. Das machen sie aber empirisch nicht. Also insofern ist das für Schuldner eine gute Zeit. Jetzt den letzten Punkt, den ich noch ansprechen will, ist eben die andere große Nachhaltigkeitsdiskussion, die uns ja vielleicht sogar mehr bewegt. Aber wir diskutieren ja jetzt eben hier aus dieser Sicht der ewigen Schuld. Darum habe ich relativ viel Platz jetzt den Finanzen gelassen und weniger jetzt der Nachhaltigkeit in der Umweltpolitik. Ich will eigentlich nur einen großen Impetus hier rüberbringen in dieser Diskussion. Wir haben ja eine Marktwirtschaft, in der wir uns normalerweise nicht so sehr darum kümmern müssen, ob jetzt jemand, der in der Produktion beteiligt war, Nachteile hatte. Also man könnte ja sagen, ich gehe in den Supermarkt und dann kaufe ich aber nicht, weil ich weiß ja nicht, ob ich mit dem Geld, das ich tatsächlich da bezahle, dann die Frau an der Kasse kompensiert wird für ihre Mühen, die da oft bis 20 Uhr da sitzen muss. Und dann gibt es irgendjemand, der dann diese Dosentomaten, die ich gerade kaufe, irgendwie verpackt hat. Und alle haben Nachteile, weil ich jetzt Dosentomaten will, in meinem Beispiel. Aber in der Marktwirtschaft ist es halt so, dass alle, die da vorher eben Anstrengungen unternommen haben, eben normalerweise das freiwillig macht. Wenn man jetzt mal abstrahiert von Kinderarbeit und Sklaventum in irgendwelchen anderen Ländern, dann hat sich die Kassiererin im Supermarkt überlegt, ob sie nicht was anderes macht. Und derjenige, der die Dosentomaten abgefüllt hat, hat sich auch überlegt, ob er was Besseres macht. Also mit diesem Gedanken im Hintergrund muss ich mir gar nicht so Gedanken machen, ob jetzt die ganzen Nachteile, die ich da verursache in der Gesellschaft, ob die wirklich abgedeckt sind. Die zwei Euro, die ich jetzt für meine Dosentomaten zahle, die sollten reichen, damit alle Nachteile kompensiert werden. Und das ist dann doch schön. Ich weiß, alle Nachteile sind kompensiert und ich habe noch einen Vorteil, weil ich die leckeren Dosentomaten auf meine Pizza schütten kann. Also das ist ja ganz gut. Jetzt im Umweltbereich ist das nicht mehr so klar, weil da eben viele Kosten entstehen, die nicht eingepreist werden. Wenn neben mir eine Chemiefabrik stinkt, dann werde ich eben nicht gefragt, ob ich das freiwillig gut finde. Oder mir wird keine Kompensation dafür gezahlt. Wenn wegen unserem CO2-Ausstoß die Meeresspiegel sich erhöhen, dann hat man in der Vergangenheit eben auch das nicht eingepreist. Und dann kann man natürlich anfangen und kann sagen, jetzt muss ich aber ein bisschen moralisch werden im Supermarkt. Das ist mein Beispiel von den Dosentomaten. Das passt da vielleicht nicht mehr. Aber es bewegt sich eben was. Und das ist eben die nächste Grafik. Wir preisen immer mehr ein. Das ist also hier der Preis für eine Tonne CO2. Diesen Preis muss man zurzeit als Industrieunternehmen zahlen, wenn man eine Tonne CO2 ausbringt. Dieser Preis war lange Jahre so bei zwischen 7 Euro und 20 Euro. Und am aktuellen Rand ist das richtig explodiert. Wir haben also seit Anfang des Jahres 2022 einen Preis so um die 80 Euro. Wenn Sie jetzt gucken, gibt es eine Börse dafür. Da können also Unternehmen, die mehr sparen können, können dann anderen Unternehmen helfen, für die es sehr hart ist zu sparen. Aber im Prinzip macht jedes Unternehmen so seinen Kalkül auf, was ist billiger, zahlen oder sparen. Also insofern ist das ein ganz guter Gradmesser. Und jetzt sind wir also tatsächlich bei 100 Euro. Das heißt, da ist schon sehr viel von diesen Umweltschäden und von diesen Schäden, über die wir uns Gedanken machen, beim CO2 eingepreist. Und das hat natürlich auch Implikationen für jeden Einzelnen von uns und auch für den Kämmerer. Wenn er sich fragt, welche Maßnahmen soll ich jetzt ergreifen, um auch Frankfurt nachhaltig zu machen, da ist es jetzt so, man kann tatsächlich so eine Art Interessenskonkurrenz zwischen den grünen Zielen haben und zwischen den Zielen tatsächlich Geld zu sparen, weil es ist tatsächlich teurer geworden über die Jahre und insbesondere in den letzten 18 Monaten CO2 auszustoßen. Und deshalb hat hier, sagen wir mal, die Mechanismen, die die Ökonomen hier erfunden haben und implementiert haben über Brüssel, jetzt, sagen wir mal, zu einer Interessenkonkurrenz zwischen wirtschaftlichen Interessen und ökologischen Interessen zunehmend geführt. Jetzt kann man sich überlegen, ist 100 Euro immer noch zu niedrig, aber ich kann Ihnen also sagen, wenn Sie jetzt ein Kohlekraftwerk hätten, dann hätten Sie also so 2018, 2019 den Strom normalerweise so für 4 Cent die Kilowattstunde verkaufen können. Und 80 Euro CO2-Preis heißt pro Kilowattstunde Kohlestrom schon mal 8 Cent. Das ist doppelt so viel, wie Sie vor ein paar Jahren noch gekriegt haben. Also das haut schon ganz schön ins Kontor. und macht Ihnen klar, welcher Hebelwirkung da jetzt vonstatten geht. Und ich denke, die Bewegung ist noch nicht zu Ende. Gut, das waren also die paar, zugegeben, paar eklektischen Anmerkungen, die ich zur aktuellen Lage hatte. Aber wir haben ja auch noch Zeit, darüber zu diskutieren. Und ich habe noch viel kompetentere Partner, wenn es darum geht, die Situation und die politischen Handlungsmöglichkeiten zu beschreiben. Insofern bedanke ich mich einfach mal für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Professor Weichenrieder. Jetzt kommen wir von der Theorie wieder in die Praxis. Und da schaue ich direkt Herrn Bergerhoff an. Ich habe die Botschaft mitgenommen. Es wäre doch super, wenn Sie jetzt Schulden auf Teufel komm raus machen würden. Die habe ich nicht ganz so mitgenommen. Aber ich teile natürlich schon den Eindruck, dass wir da, wo wir uns investiv verschulden, vor allen Dingen für die Zukunft vorbauen. Ich will das mal so zusammenfassen. Vielleicht wird der Finanzminister da auch noch einen anderen Zugenschlag machen. Aber ich glaube, gar nicht grundsätzlich zumindest. Und insofern ist das schon in der Tat so, dass die deutsche Finanzverfassung, auch die kommunale Finanzverfassung, ein bisschen Nachhaltigkeit eingebaut hat. Und ich bin auch dankbar, dass Sie dargestellt haben, dass da Frankfurt sich durchaus ganz vernünftig sehen lassen kann. Ich glaube aber zum einen, Sie haben gesagt, die goldene Regel ist fast automatisch implementiert. Das stimmt aus gesetzgeberischer und Finanzaufsichtssicht. Wenn Sie dann in so einem System drinstecken, dann ist dieses fast automatisch ziemlich viel Arbeit. Das muss man zugeben. Denn wir müssen ja auch die Haushaltsvorgaben einhalten. Und das sind immer politische Debatten. Und der andere Aspekt, den Sie zum Schluss gebracht haben, die Frage, was bedeutet eigentlich die Transformation, die wir vor uns haben. Da glaube ich schon, muss man in der derzeitigen Situation, ganz unabhängig von Zinsentwicklung und Inflationsfragen, nochmal eine separate Diskussion führen. Weil wir haben ja zwei Dinge. Wir haben zum einen das Thema, wir müssen unsere existierende Infrastruktur, die man normalerweise, würden Sie sagen, gut, das schreibt sich irgendwie ab, aber im Grunde erhalte ich den Wert und ich kann das auch alles weiterverwenden. Das ist ja nicht so. Viel unserer aktuellen Infrastruktur ist eben nicht passend für zukünftige Infrastruktur. Und wenn Sie es ökonomisch ausdrücken wollen, erleben wir da einen rapiden Wertverlust. Ein Kohlekraftwerk, gut, noch Ausnahmesituationen, kann man sie fahren, aber bald nicht mehr. Und die stehen ja in den Büchern teilweise noch nicht abgeschrieben, müsste sie eigentlich weiterfahren. Ein Gasnetz, ähnliches Problem. Verkehrsinfrastruktur muss sich grundlegend ändern. Dann haben Sie auf der einen Seite die existierende Infrastruktur, die schneller an Wert verliert. Und Sie haben auf der anderen Seite einen relativ kurzen Zeitraum, in der wir durch Ersatzinvestitionen eine neue Infrastruktur, die wieder der Mobilität oder dem Energieerzeugung und Verteilung dient, schaffen müssen. Und das ist, glaube ich, nochmal eine Ausnahmesituation, mit der wir uns alle auseinandersetzen müssen. Herr Boddenberg, hätte man diese Investitionen in Infrastruktur, die ja landesweit anstehen, nicht zu dem Zeitpunkt machen müssen, als die Zinsen sehr niedrig waren? Also zunächst mal haben wir investiert, auch in schwierigen Zeiten. Zum Zweiten, wenn Sie darauf anspielen, dass es seinerzeit Stimmen gegeben hat, ich übersetze das mal wörtlich oder zitiere das wörtlich, jetzt muss investiert werden, bis die Schwarte kracht, wortwörtliche Rede eines Spitzenpolitikers, dann bin ich definitiv anderer Auffassung, dass wir, ich sage jetzt mal, auch konjunkturell schwierige Phasen und Niedrigzinssätze dazu nutzen, um schlichtweg die Schuldenbremse zu umgeben. Die Schuldenbremse ist ja kein Wert an sich. Ich war damals dabei im Bundesrat, Sie haben kurz auf meine Biografie hingewiesen, als wir in Deutschland die Verfassung geändert haben, um nach 40 Jahren eines, ja ich sage mal, Politik- und Gesellschaftsmodells, bei dem wir eigentlich jedes Jahr mehr oder weniger über unsere Verhältnisse gelebt haben, zu beenden und zu sagen, dass Ein- und Ausnahmen auch auf Bundes- und Landesebenen zur Deckung kommen müssen. Das, was Sie eben bei den Kommunen gezeigt haben und der hessischen Gemeindeordnung im Grunde genommen, haben wir das für den Bund und die Länder auch festgeschrieben. Das wiederum hatte was zu tun mit den Erfahrungen der damaligen Finanzkrise. Ich will mal daran erinnern, dass wir eigentlich vor dem Kollaps standen und damals Menschen Angst hatten, dass das private Konto irgendwann mal besser geräumt wird, bevor es den Kollaps bei der Bank gibt. Darf ich da gerade einhaken? Ja, ich will nur sagen, das hat ja nicht irgendwo jemand in der Universität erfunden oder in der Politik im Hinterzimmer, sondern es war ein breiter gesellschaftlicher Konsens, dass wir gesagt haben, auch die Politik sollte sich an ein paar grundlegende Regeln halten, die ich von meinem Großvater oder meinen Eltern oder Schwiegereltern gelernt habe. Wenn ich das noch gerade ausführen darf. Im Moment wird darüber diskutiert. Es sind einige Themen jetzt gerade auch im Bund und gerade im Bund anhängig, bei denen die Schuldenbremse aus meiner Sicht systematisch aus der Kraft gesetzt wird. Ich nehme mal das Sondervermögen für die Bundeswehr. Wenn man hart ist als Finanzpolitiker, muss man sagen, wir versuchen mit einem solchen Sondervermögen, was ja kein Vermögen ist, sondern kreditfinanzierte Aufgaben, die eigentlich in den jährlichen Haushalten zu finanzieren und zu leisten wäre schlichtweg, Versäumnisse aus der Vergangenheit wieder gut zu machen. Wir sind da selber mit dabei. Ich will ausdrücklich sagen, ich zeige nicht mit Fingern, aber ich will nur sagen, wir werden in unserem Land, in Europa, aber auch in Deutschland, in den Ländern zukünftig Prioritäten setzen müssen. Um vielleicht dann gleich auch den Bogen zu schlagen zu dem letzten Thema der Nachhaltigkeit und wer finanziert denn eigentlich das, was wir aufwenden müssen, um den Klimawandel zu begeben. Da gibt es ja gigantische Summen, die da im Raum stehen. Da will ich mal für mich jedenfalls eine grundsätzliche Aussage machen. Es ist absolut ausgeschlossen, dass der Staat das alleine stimmt. Und Sie haben ja gerade zu Recht auf den Emissionshandel CO2 als ein Teil der Klimapolitik, der Märkte gesprochen, von denen ich eine ganze Menge halte. Ich finde, das ist eines der glücksten Dinge, die wir je erfunden haben, nämlich dass derjenige, der Emissionen freisetzt, dafür bezahlen muss und derjenige, der spart am Ende sogar, wenn er in der Branche unterwegs ist, die uns zunehmend wichtiger wird, nämlich nachhaltig unterwegs ist, davon profitiert, dann finde ich, ist das ein toller Ausgleichsmechanismus, der alle zur Anstrengung animiert. Und das muss es am Ende sein. Und eine allerletzte Bemerkung, darüber hinaus gibt es weitere Mechanismen. Die Kapitalmärkte ändern sich gerade dramatisch. Also wenn Sie bei den Banken oder mit Banken, hier sitzt der langjährige Vorstandsvorsitzende der Frankfurter Sparkasse, aber auch in den Landesbanken oder privaten Banken, den Genossenschaftsbanken, sich heute Diskussionen in den Gremien anhören, werden Sie feststellen, dass aber kaum etwas so intensiv mittlerweile gesprochen wird, wie darüber, wie sieht denn eigentlich unser Anlagenproportfolio aus in Richtung Nachhaltigkeit. Weil zunehmend es teurer wird, nicht nachhaltige Produkte in den Bilanzen zu haben. Und das wiederum sind Mechanismen, wo ich sehr viel erwarte an Dynamik durch die Märkte. Und am Ende des Tages muss die Politik den Rahmen dafür setzen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin sehr dankbar, wenn Herr Weichenrieder sagt, das ist keine große Katastrophe, über die wir hier reden. Es ist auch ein Stück Normalität, dass Staaten sich verschulden, wie Unternehmen es auch tun. Aber es ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Und ich glaube, dass wir gut beraten sind, dass wir das, was wir heute an Gesamtverschuldung des Staates haben, das zählen ja nicht nur die des Bundes, der Länder, der Kommunen, sondern auch die der Sozialversicherung mit dazu, dass wir die in einigermaßen, ich sage mal, einer Größenordnung halten, dass wir damit umgehen können, vor allen Dingen auch die Kraft haben, um Krisen zu begegnen. Und das sind die Maastricht-Kriterien, das ist umgesetzt bei uns in der Verfassung. Ich bin damit sehr zufrieden und ich bin im Moment zugegebenermaßen möglicherweise einer der wenigen Finanzminister in Deutschland, der diese Schuldenbremse mit allem, was zur Verfügung steht, verteidigt, weil ich glaube, es war ein historisch guter Schritt, Substanz zu schaffen, die wir für die Zukunft brauchen. Herr Weichenrieder, Sie haben gesagt, Sie sind gar nicht so besorgt. Schauen wir doch mal auf den Ist-Zustand der Kommunen, bevor wir uns Frankfurt noch mal im Einzelnen mit ein paar Details hoffentlich zuwenden. Sie sind gar nicht so besorgt. Die Städte- und Gemeindebund sagt, um Gottes Willen, wir stehen vor riesigen Löchern. Es ist die schlimmste Zeit, die wir je hatten. Die Krisen, die hauen uns um, wenn ich das jetzt einfach mal so wiedergeben darf. Und Sie sagen, ach nö, eigentlich sieht das Ganze doch ganz stabil aus. Wie kommt es? Ja, vielleicht kann man andersrum fragen. Würden Sie erwarten, dass irgendjemand ein Kämmerer zu Ihnen kommt und sagt, Sie, ich schwimme im Geld und ich gebe es Ihnen zurück? Herr Bergerhoff tut das. Nein, nein, nein. Der Kollege aus Mainz. Also Herr Bergerhoff macht das hin und wieder bei mir, aber nur, wenn wir unter uns sind. Man zahlt. Also sagen wir mal so, es ist nicht so ganz einfach, die Kommunalhaushalte richtig zu verstehen und ich, man hat, also auch nicht sehr viel Transparent, weil eben in den, in vielen Statisten auch tatsächlich nur die Kernhaushalte auftauchen. Aber bei den Kernhaushalten gibt es eigentlich seit fast der Gründung der Bundesrepublik oder seit den 50er Jahren eine konstante. fünf Prozentpunkte des Bruttosozialprodukts sind Verschuldung der Kommunen und das ist enorm konstant, wenn man das vergleicht mit Bund und Ländern. Also das war eigentlich schon immer so, dass die Kommunen gejammert haben und natürlich, man hat, wenn man, man kriegt ja manchmal auch durch Jammern was. Das ist, also ich, es wird so ein bisschen fies, das zu sagen, aber es ist ein bisschen wie bei den Kindern. Also das ist wie an der Supermarktkasse. Irgendwann kriegt man doch den Kaugummi. Weil wenn das nicht wäre, dann stünden die Kaugummis da gar nicht. Dann werden die was anderes dort. Also das, so ein bisschen Jammern gehört zum Geschäft und wenn man auf die die Kernhaushalte guckt, dann kann man das nicht sagen. Jetzt ist es so, die Eigenbetriebe und Eigengesellschaften sind weniger transparent. Die erfassen Sie auch nicht mit einem Blick. Aber auch da ist, also ich, wenn man jetzt spricht mit der Finanzaufsicht im Innenministerium, die die Doppik-Ergebnisse alle vorliegen haben aus Hessen, ist wahrlich alles andere als Feuer am Dach. Selbst trotz Ukraine-Krise, trotz Flüchtlinge, trotz Flüchtlinge auch schon in 2022 hat Frankfurt die Kassenkredite wieder zurückgeführt. Also es ist, würde ich mal sagen, natürlich immer so, jeder von uns, wenn Ihnen jemand Geld geben würde, würden Sie auch eine gute Ausgabe dafür finden und gute Verwendung. Ich auch. Und Herr Boddenberg auch. Aber so im Großen und Ganzen sieht das eigentlich bei den Kommunen besser aus, als man so nach den medialen Berichterstattungen glauben könnte, würde ich mal sagen. Gut, es sind nicht nur die Medien, es waren in dem Fall die Kommunen selbst, die so laut schreien oder Alarmstimmung vielleicht erzeugen möchten. Haben Sie das nötig, Herr Bergerhoff, Alarmstimmung zu erzeugen? Sie haben natürlich Rekordschulden auf der einen Seite und Sie haben Rekordgewerbeeinnahmen auf der anderen Seite. Ja, also Alarmstimmung ist ja nie hilfreich. Angst ist auch selten guter Berater und es muss jetzt auch keine offene Panik ausbrechen. Aber komfortabel ist die Situation aus meiner Sicht selbst als Frankfurt tatsächlich trotzdem nicht. Ich habe angedeutet, was das im investiven Bereich ausmacht, nämlich die Frage Wertverlust und Umbau der gebauten Stadt und von allem drum und dran. Kassenkredite müssen wir ja übrigens zurückführen, also sonst hätte ich auch ein Problem gar nicht mit Herrn Boddenberg, weil unsere Aufsicht ist das Innenministerium, aber das müssen wir tun, das kriegen wir auch hin. Wir haben aber auf der anderen Seite schon eine Herausforderung, Sie hatten es ja dargestellt, der Short-Term-Pain, der ist durchaus da, denn uns steigen natürlich die Personalkosten, uns steigen die Beschaffungskosten, sozusagen die Einkaufspreise und das auch im konsumtiven Bereich, also nicht nur bei Investitionen. Wir haben gleichzeitig eine Situation, in der jetzt angesichts auch der Inflation des Ukraine-Kriegs und all der Unsicherheiten sozusagen die Anforderungen an die öffentliche Hand ja steigen. Also die Leistungserwartung, das gilt nicht nur für die Kommunen, aber auch für die Kommunen, die uns gegenübersteht, wird höher. Die Menschen sind in gefühlter Not, manche sind in realer Not, das darf man, glaube ich, auch nicht kleinreden. Und gleichzeitig ist es auf der kommunalen Ebene so, das ist eine Diskussion, von der ich finde, dass sie viel mehr auch noch in der Öffentlichkeit gehört, dass wir ja tatsächlich anders als Bund und Land mit der Art, wie wir, wie unsere Einnahmen strukturiert sind, eben nicht einen automatischen Inflationsausgleich haben. Die Mehrwertsteuererträge steigen mit der Inflation, die Einnahmenseite. Der Bund ist einigermaßen okay. Gleiche gilt für die Einkommenssteuer, mit Tarifsteigerungen steigt auch der Ertrag. Wir Kommunen finanzieren uns nur anteilig aus diesen Steuern und der größte Teil, Sie haben es ja dargestellt, sind die Gewerbesteuern oder auch Grundsteuern zum Beispiel. Aber die sind gut gewesen, besser als gedacht. Ja, aber jetzt mal strukturell gesprochen, also in der Tat und das freut mich auch sehr, das ist aber übrigens in den unterschiedlichen Kommunen auch sehr unterschiedlich. Ja, also in Mainz, die schmeißen jetzt goldene Kamelle wegen Biontech. Haben wir hier nicht, aber Frankfurt ist da auf der glücklichen Seite. Aber strukturell ist es so, dass die Steuerbasis der Kommunen in Transformationsszenarien eher unter Druck gerät, weil Gewinne von Unternehmen zum Beispiel sinken, weil sie nicht ihre Kostensteigerungen weitergeben können. Und dieser Anteil der Inflations- und Tarifkostensteigerungen geschützt ist, der ist halt klein für die Kommunen. Und insofern haben wir, was das nominale Aufkommen angeht, keinen entsprechenden Aufwuchs, sodass wir de facto in solchen Situationen, wenn wir nicht Glück haben oder irgendwas strukturell tun, wir jedes Jahr einen Kaufkraftverlust haben als Kommune. Und das mit einer gleichzeitig steigenden Leistungserwartung ist halt schon auf die Dauer ein Problem. Ich bin bei Ihnen Short-Term, aber dieser Short-Term, das sind vermutlich ein paar Jahre und nicht ein paar Zick, aber ein paar und die sind unangenehm. Und dazu, wie gesagt, kommt noch das Thema Ersatzinvestitionen, Umbau und Sie hatten es ja auch sehr schön gesagt, am Ende findet Transformation in der Kommune statt. Vor Ort ist immer eine Kommune und die muss ihre Leistungen verändern und ihre Infrastruktur verändern. Das ist auch eine Herausforderung. Wir haben schon die Krisen angesprochen. Wir haben die Corona-Pandemie fast abgehakt, so weit abgehakt, habe ich zumindest diese Woche gelesen. Sie haben mit Herrn Al-Wazir gesagt, wir haben sie überwunden, die Corona-Pandemie. Bleibe ich mal dabei. So viele Krisen, die ja hintereinander kommen in einer Geschwindigkeit, die unglaublich ist. Und trotzdem ist die Wirtschaft in der Lage, ist das Land in der Lage, das auch alles noch stabil zu halten. Geht das noch lange gut? Ja, zunächst mal haben wir offensichtlich eine gesunde Substanz in der Wirtschaft, auch in den öffentlichen Haushalten. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern in der Eurozone, auch international, glaube ich, dürfen wir sagen, sind wir schon gut aufgestellt. Ich habe ja eben davon gesprochen, dass es aus meiner Sicht gut ist, wenn man Substanz hat, um einer solchen Krise zu begegnen, wobei wir in der Verfassung ja zwei Ausnahmetatbestände haben, dafür, dass man im Jahr X mehr über Kredite, also fremdfinanziert oder Schulden finanziert, als man Geld ansonsten braucht, als Bedarf hat. Also sich neu verschuldet, das ist einmal die Notsituation, das ist zum Zweiten der konjunkturelle Einbruch. Letzteres haben wir übrigens, seitdem wir die Schuldenbremse haben, immer wieder gehabt, in kleinerem Umfang, müssen das dann aber zeitnah in den nächsten 1, 2, 3 Jahren wieder zum Ausgleich bringen. Das heißt, ich mache zum Beispiel aktuell im laufenden Haushalt oder Doppelhaushalt 23, 24, schaffen wir Reserven für absehbare konjunkturelle Dellen in den Folgejahren. Das ist ein Mechanismus, den halte ich für sehr gut, dass man so ein bisschen von der Jährlichkeit wegkommt und einfach sagt, wir gehen auf 2, 3, 4, 5 Jahreszyklen und nivellieren jeweils, aber am Ende im Ergebnis auf Null. Die Notlage, über die wir reden bei Corona und die jetzt auch festgestellt worden ist mit Blick auf den Angriffskrieg der Russen in der Ukraine, ist eine Sondersituation, die am Ende übrigens aber auch eins bedeutet, wenn ich diese Krise fremdfinanziere zu großen Teilen, muss ich für diese Fremdfinanzierung einen Tilgungsplan vorlegen, der dann in den folgenden originären Kernhaushalten auch entsprechend umgesetzt werden muss. Also es ist nicht mehr so wie früher, dass man Schulden aufnimmt und sagt, mal gucken, wer sie eines Tages bezahlt oder die Inflation, wie Sie es angedeutet haben, frisst sie auf, sondern es muss schlichtweg eine Tilgung erfolgen, die dann auch Teil der Hausgesetzgebung ist. Also da sind wir sehr klar in der Aufstellung. So zurück zur Corona-Krise. Ja, wir haben es geschafft und da klopfe ich gar nicht auf meine oder auf die Schulter Tarek Al-Wazirs oder der Landesregierung. Mit enormen Hilfen, das gilt für Cash genauso wie für auch Bürgschaften und Darlehensgewährungen, auch klassischen Zuschussprogrammen, die Wirtschaft stabil zu halten. Wir haben, vielleicht haben Sie es gelesen, einen Betrag von 18 Milliarden Euro einfach mal als Gesamtvolumen erklärt, die wir aber nicht verausgabt haben. Allein in meinem Ressort sind 10 Milliarden Euro an Steuerstundungen, Zurücksetzungen stattgefunden, weil wir Sorge hatten, als die Krise begann 2020 und wir im Grunde genommen ja einigen Branchen schlichtweg verboten haben, Umsätze zu tätigen. Die Gastronomie war zu und der Friseur und andere auch. Dann war unsere Feststellung und meine Meinung, wir müssen dafür sorgen, dass deren Konten, die jetzt schrittweise leergeräumt werden, weil fixe Kosten wie Miete und so weiter laufen weiter, dass da nicht noch auch der Staat zugreift und sagt, die nächste Steuervorauszteilung muss sein. Also da haben wir vieles an Liquiditätshilfen gewährleistet. Wir haben auch, ich sage mal, 4, 4,5 Milliarden Euro Geld schlichtweg ausgegeben in Form von Zuschüssen, vielen Bereichen der Wirtschaft, des Ehrenamtes, der Vereine, der Bildung und so weiter. Aber großer Strichdrunker, ich will nicht langweilen, Strich drunter, ich will nicht langweilen, am Ende war es ein gutes Invest. Wir sind dabei, die aufgenommenen Kredite zurückzuzahlen, jährlich in Tranchen, das wird 13, 14 Jahre dauern. Bei dem, was der Bund gerade macht, reden wir über 30 Jahre Rückzahlung von Sondervermögen, beispielsweise den 200 Millionen Töpfen, die Lindner sich dort im letzten Jahr gemeinsam mit den Mehrheiten im Bundestag praktisch als Kriegskasse, wenn ich das mal so sagen darf, im Moment stimmt es ja leider, sogar im Terminus zurechtgelegt hat. Also wir haben klare Regeln, auch für die Notsituation. Und wir haben in dieser Krise in Hessen erlebt, dass trotz der Schuldenbremse wir die Krise managen konnten, unter Einhaltung der Schuldenbremse, mit glasklaren Regeln. Und ich glaube, das ist auch ein Stück Sicherheit, das wir den Menschen damit geben, dass dieses Land in der Lage ist, auch mit solchen Herausforderungen umzugehen. Herr Bergerhoff, Sie haben von Erwartungshaltung gesprochen. Die Erwartungen seien hoch, natürlich auch die in der Stadt. Wenn Sie Rekordeinnahmen bei Gewerbesteuern haben, kommen alle und sagen, Moment, dann will ich doch was dafür. Was können Sie denn noch leisten? Oder was kann die Stadt noch leisten angesichts gestiegener Kosten und höherer Erwartungen? Sie meinen im Sinne von zusätzlich leisten? Ja. Also ich komme eher von der Seite, was müssen wir eigentlich gerade leisten? Und wir müssen leisten, da bleibe ich dabei, diese Transformation. Wie konkret ist das? Naja, ich habe ja vorhin die Infrastruktur erwähnt, die wir haben und die wir jetzt lange genutzt haben, die wir in den Büchern stehen haben. Das ganze Thema Energie, das ganze Thema Mobilität, auch das ganze Thema sozusagen Energienutzung, vor allen Dingen im Sinne von Wärme, ist ein Riesenthema. 30 Prozent der Emissionen, die den Klimawandel befördern, kommen aus Wärme, kommen aus Gebäuden. Und im Prinzip, wenn wir mal sozusagen unser CO2-Budget angucken, was wir als Deutschland hätten, wenn wir die Paris-Ziele erreichen wollen, müssen wir im Laufe der nächsten zehn Jahre mehr oder weniger auf Null kommen, netto Null. Das werden wir realistischerweise in zehn Jahren nicht schaffen, aber selbst wenn wir es in 15 Jahren schaffen wollen, ist das eine riesen, riesen Aufgabe. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, und da bin ich voll bei Herrn Boddenberg, das wird die öffentliche Hand überhaupt nicht alleine machen können. Schon deshalb nicht, weil wir keine Handwerker im ausreichenden Maß beschäftigen oder haben im Land. Aber das ist das, was wir erstmal leisten müssen. Machen Sie mal eine Hausnummer dran. Geben Sie uns mal einen Eindruck, was muss die Stadt Frankfurt in die Transformation investieren? Also das ist eine ein bisschen theoretische Debatte, ehrlich gestanden, wenn ich jetzt eine Zahl sagen würde, weil das ja auch annimmt, dass sich die entsprechenden Mittel ausreichen könnte und dann auch Menschen finden würde, die das zum Beispiel alles machen. Also ich glaube, da ist der limitierende Faktor aktuell an vielen Stellen gar nicht so sehr das Geld, schon gar nicht das investive Geld. Es ist an vielen Stellen Personal, es sind Fachkräfte, es ist manchmal auch Technologie. Aber ich, also wenn Sie mal eine Zahl hören wollen, von unserem kommunalen Energieversorger, die Mainova, die ja die Energiewende gerade mit leistet, die haben ein Investitionsvolumen in den nächsten Jahren von über zwei Milliarden Euro. Was sie nicht machen, um jetzt ganz groß und ganz stark zu werden und lauter neue Kunden bedienen zu können, sondern was sie machen, um sozusagen dem Klimawandel gerecht zu werden, nur im Bereich Energieerzeugung. Ich würde ganz gerne, wenn ich darf, ohne dass Sie mich gefragt haben, ihm ein bisschen zur Seite springen, weil ich glaube, es ist eine schwierige Debatte zu fragen, was kostet in 2023 die Stadt Frankfurt oder das Land der Weg in Richtung Klimaneutralität? Oder was will Sie investieren? Ja, ich will es vielleicht mal so versuchen, das sind auch gigantische Zahlen, die ich jetzt nenne, aber wir haben ja eine Reihe von Gutachten in der Europäischen Union, in der OECD-Gemeinschaft, wo auch immer Sie hinschauen, beschäftigen sich her, schauen von Experten, Gremien und politischen Ebenen mit der Frage, was kostet das Ziel, 2050 respektive 45 bei Null zu sein? So und für Deutschland haben wir, ich glaube, Schätzungen von 1.000 Milliarden bis zu 2.000, 2.500 Milliarden über eine solche Zeitstrecke von, ich sage jetzt mal, 25 Jahren, um es einfacher zu rechnen. Das heißt, wir reden in Deutschland gesamtwirtschaftlich über jährlichen Aufwand von 50 bis 100 Milliarden. Ich mache es wirklich sehr groß. Da sagen viele, ach du liebe Zeit, wir sind doch eh schon kaum in der Lage, unsere Haushalte und die Wirtschaft unter Flamme zu halten. Dann sage ich ja, das kommt ja auch nicht on top, sondern ich will mal das in Relation setzen. Die Bundesrepublik Deutschland erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von 3.500 Milliarden Euro. Und in diese Zahl integriere ich gedanklich die 100 Milliarden im Worst Case, die wir brauchen, um in Richtung 2,45 CO2 Null oder Klimaneutralität den Weg zu finanzieren. Und das wiederum heißt, aus meiner Sicht, wir müssen schlichtweg Stimulation schaffen in der Wirtschaft, das zunehmend Unternehmen, ich habe es ja eben mal am Beispiel der Finanzierung auf den Kapitalmärkten genannt, sich nachhaltig verhalten. Und wenn das zusammenkommt und übrigens die Bundesrepublik Deutschland irre Potenziale hat, am Ende des Tages sogar noch Geld zu verdienen, wenn wir es richtig machen. Ich könnte Unternehmen aus Hessen reihenweise aufzeigen, die teilweise es bis zum Weltmarktfüger gefragt haben in Form von Produkten, die für den Klimawandel erforderlich sind. SMA, Nordhessen, Wechselrichterproduktion, immer noch die Nummer 1 weltweit. Das heißt, wenn wir es klug machen und nicht die Gesellschaft und die Wirtschaft überfordern, in kurzen Zeiträumen zu große Sprünge von Wirtschaft und Menschen in unserem Land erwarten, dann glaube ich, können wir es erreichen, dass wir nicht nur die Menschen haben, die im Fernsehen sehen, Ahrtal, Achturliebezeit, ich glaube, wir müssen was tun, also es gibt ja eine Bereitschaft, sondern dass wir auch Menschen haben, am Ende des Tages diese Neuorientierungen und diese Prioritätenveränderungen tatsächlich mitzutragen. Deswegen, ich sehe es eher als Herausforderung, ich schaue auch mit Zuversicht, Sie haben, finde ich, auch ein sehr zuversichtliches Bild, was die staatliche Seite, die öffentlichen Haushalte anbelangt, gezeichnet, ohne dass wir uns zurücklegen und sagen, alles prima, läuft schon, sondern wenn wir die richtigen Weichen stellen, Ärmel hochkrempeln und auch Menschen erklären, dass das bewältigbar ist und nicht dauernd ein apokalyptisches Szenario, wie die Welt in 30, 40 Jahren aussieht, also wenn man manche Bilder sieht, kann ich verstehen, dass Menschen sagen, wir haben ja eh keine Chance, dann können wir es auch gleich lassen. So und deswegen glaube ich, zwischen diesem ernsthaften Problem beschreiben, Wege aufzeigen, auch die Finanzierung aufzeigen auf der einen Seite und ständig und viel kommunizieren in Richtung, warum machen wir das eigentlich, liegt der goldene Mittelweg dessen, was Politik und Gesellschaft erreichen müssen. Gute Kommunikation, aber irgendwann muss die Politik vielleicht auch sagen, wir müssen priorisieren, wir müssen abschichten, wir können nicht alles finanzieren, Herr Weichenrieder. Was geht nicht mehr? Naja, wichtig ist erst einmal, die Prioritäten richtig zu setzen und ich habe es ja versucht, auf meiner letzten Folie einen Weg zu weisen. Also Frankfurt kann ja jetzt nicht die Welt retten, um es mal ein bisschen, man kann seine Rolle da drin spielen und man kann mit seinem Pulver auch nicht zweimal schießen. Jeder Schuss kann nur einmal getätigt werden. Also muss man sich überlegen, wie man möglichst viel CO2 für einen Betrag, den man schultern kann, wie viele Milliarden es auch sein wollen, da muss man gucken, wo ist es am effektivsten und ich bin jetzt kein Ingenieur, ich kenne jetzt auch die Mainova nicht von innen und außen. Mein Bauchgefühl sagt mir relativ viel und da, wo jetzt ja auch was passiert, ist beim existierenden Fernwärmenetz, das hat man schon. Ich weiß von der Stadt München, die nimmt also jetzt ungefähr eine Milliarde in die Hand. Ungefähr ein Drittel der Münchner Haushalte sind am Fernwärmenetz angeschlossen. Ich glaube, in Frankfurt ist es ungefähr auch ein Drittel und wenn man in München für eine Milliarde letztendlich 80 Prozent oder so der Fernwärmekunden auf Geothermie umstellt, dann hat man einen riesen Bang for the Buck. Also das ist ein Haufen CO2-Minderung. Sie haben es richtig angesprochen. Also Heizen ist der schlimmere Klimakiller als der Verkehr. und wenn man da anfängt, wo es möglicherweise auch tatsächlich kostengünstig ist, dann hat man einen wichtigen Schritt gemacht und bei den Dingen, wo es halt noch nicht so kostengünstig ist, na ja, da muss man halt eben auch hoffen darauf, dass sich etwas verändert. Aber da ist ja die Stadt Frankfurt nicht der richtige Ansprechpartner. Letztendlich ist dann über Forschungspolitik der Bund gefordert. Es müssen einfach Gelder in die Technologien, die CO2 sparen, umgelenkt werden und diese Technologien müssen billiger werden. Das hat noch den anderen Vorteil. Also nicht nur Frankfurt kann nicht allein die Welt retten. Deutschland kann es auch nicht. Wenn wir morgen alle aufhören und gemeinsam in den Main hüpfen und uns ertränken, dann wird es das Klima nicht merken. Das wird es nur merken, wenn uns der Rest der Welt das nachmacht und in Yangtze hüpft. Das machen wir aber alle jetzt nicht. Eben, das machen die nicht. Wenn wir einen Einfluss haben wollen aufs Klima, dann müssen wir Dinge machen, von denen wir erwarten, dass es uns die anderen auch nachmachen. Sonst erreichen wir null. Und weil das so ist, müssen wir Dinge machen, die intelligent sind und müssen möglichst Dinge auch noch machen, die dann, sagen wir mal, einen Hebel entwickeln, weil wir nicht nur für Deutschland das CO2 sparen billiger machen, sondern für die ganze Welt. Ehrlich gesagt, so komisch es sich wahrscheinlich in aller Ohren hier im Raum anhört, meine Hoffnung ist die USA. Nicht, weil die jetzt furchtbar viel selber bei sich an CO2 sparen würden. Die haben ja eine richtige religiöse Abkehr davon, irgendwie den Benzinpreis auch nur ein bisschen über Steuern zu erhöhen. Da geht ja gar nichts mit Ökosteuern und solchen Dingen. Aber weil Biden jetzt trotzdem was tun will, nimmt er enorme Mittel in die Hand, um dann eben die Industrie zu subventionieren, um solche Technologien zu entwickeln. Und das ist der Unterschied zwischen dem, was jetzt gerade in Amerika passiert und das, was in Deutschland passiert. In Deutschland ist die Diskussion einfach nicht zielgerichtet genug. Sie ist zu moralisch aufgeladen für meinen Geschmack. Wir überlegen uns so nach dem Motto, na ja, wenn die Welt untergeht, dann soll es wenigstens nicht an uns gelegen haben. Das ist so der deutsche Ansatz in der Klimapolitik. Ein rationalerer, gut, jetzt bin ich halt ein profaner Ökonom, man sehe es mir nach. Ich will halt einfach, dass es funktioniert. Und wie gesagt, in mein Springen funktioniert leider nicht. Wir nehmen das aber jetzt trotzdem zum Anlass und Herr Bergerhoff rette die Welt oder Frankfurt. Das ist jetzt der Anspruch. Aber es ist ein Anspruch an die Stadt, diese Transformation zu machen. Es gibt noch viele andere Ansprüche. Eine gute Bildungspolitik zu machen, eine gute Wirtschaftspolitik zu machen, eine gute Kulturpolitik zu machen. Denn als Bürgerin dieser Stadt habe ich diverse Ansprüche. Was kann mir Frankfurt doch bieten? Was können Sie mir bieten? Also ich glaube, aktuell kann Frankfurt in den Bereichen, die Sie genannt haben, ziemlich viel bieten. Bei der Bildung, gut, da sind wir ja inhaltlich, da müssten Sie jetzt eher mit dem Land sprechen. Aber da sind wir, glaube ich, in Deutschland international betrachtet auf ganz gutem Niveau. Bei der Schule... Ist aber noch viel Luft nach oben. Naja, immer. Immer, ne? Das ist ja auch gut so. Aber es ist auch viel Raum nach unten. Das glaube ich auch. Also da bin ich dann so ein bisschen bei Herrn Boddenberg, der eben sagte, naja, wenn man immer nur sozusagen schwarz sieht, das hilft auch nichts. Bei der... Was die Infrastruktur zum Beispiel für Betreuung angeht, wir haben eine ganz gute Quote an Angebot Betreuungsplätze. Wir haben da auch eine ganz gute Qualität, würde ich sagen. Wir haben den Luxus, dass wir in Teilen auch über das, was das Land hinaus fördert, derzeit kostenfreie Betreuung anbieten können. Und das ist ein Effekt, von dem man schon sagen kann, glaube ich, in so einer Stadt wie Frankfurt viele Familien, die zum Beispiel Doppeltverdiener haben und so, nutzen das. Und das tut im Übrigen auch, glaube ich, jetzt mal ohne, dass ich primär für die Pädagogik zuständig wäre, es tut auch den Kindern gut, früh in der Gruppe zu sein, vielleicht nicht direkt nach der Geburt, aber doch relativ früh. Aber kommen wir nochmal auf die Einrichtungen selbst, die Schulen, wie sie ausgestattet sind? Ja, na gut, also eine Schultoilette ist heute keine Freude, war als ich Schüler, war auch keine Freude, ehrlicherweise. Es ist immer noch die gleiche, das ist das Problem. Na ja, also, na ja, das kann ich jetzt, also meine, meine alte Schule, die Wöhler Schule am Dornbusch, die gibt es noch und die hat auch ein paar neue Toiletten, ich habe sie jetzt nicht durchgezählt, aber nein, wir machen da ja schon Ersatzinvestitionen, aber auch da würde ich sagen, da kann sich Frankfurt durchaus sehen lassen, immer im Vergleich gesprochen und wenn Sie die Kultur angesprochen haben, ich glaube, da haben wir großartige Kultur auch weit über Frankfurt hinaus genutzt, also insgesamt kann man sich als Frankfurterin und Frankfurter glaube ich ganz gut fühlen. Aber das sind ja alles keine grünen Projekte. Vollkommen richtig, aber da war jetzt auch keine Frage, sondern Sie fragen ja nach Bildung, aber wir können auch gerne über grüne Projekte reden, sehr gerne. Wenn die Transformation gelingen soll und das ist ja der Anspruch, kann da noch so viel Geld in die Kultur fließen? Wird die Bildungspolitik vielleicht kürzer treten müssen? Wird die Schule doch nicht umgebaut? Was passiert? Wie geben Sie das Geld aus? Können Sie alles, was Sie planen wollen, weiter mit diesem Haushalt machen? Also denjenigen, die jetzt darüber bestimmen werden. Also mir geht es so wie allen Finanzverantwortlichen, ich kann nicht alle Wünsche erfüllen. Ich formuliere das immer ein bisschen anders, weil ich sowieso keine Wünsche erfülle. Wir haben ja eine Magistratsverfassung und am Ende ist der Magistrat und dann die Stadtverordnetenversammlung sind die Satzungsgeber für den Haushalt. Aber wir können nicht alle Wünsche erfüllen, das ist völlig richtig. Wir müssen auch priorisieren. Das finde ich im Übrigen auch ehrlich gestanden in Ordnung. Naja, wir haben als Koalition grundsätzlich gesagt, dass wir im investiven Bereich den Klimaschutz ganz nach vorne stellen bei der Priorisierung. Wir haben im konsumtiven Bereich, das ist ja vielleicht heute nicht der Schwerpunkt, aber es ist natürlich ein großer Teil in so einem Haushalt auch gesagt, dass wir ganz nach vorne stellen, sozusagen die Hilfen für die, die sich nicht selber helfen können und dass wir dann als nächstes sozusagen strukturelle Benachteiligungen abbauen wollen. Und das sind so die beiden großen Prioritätenbereiche im investiven und im konsumtiven Bereich. Wir sind hier in Frankfurt. Die Bankentürme sind um uns herum. Ich habe eine Frage aktuell, das muss ich als Journalistin fragen. Gestern gab es ein, oder schon am Freitag, ein heftiges Bankenaktienbieben zumindest mal. Trot uns eine Bankenkrise, eine neue? Ich bin sehr sicher, nein. Sie reden von der Silicon Valley Bank in Kalifornien. Ich habe mir heute noch mal die Zahlen angeschaut. Ja, das ist natürlich dramatisch. Die haben schlichtweg ein falsches Anlagenportfolio gehabt. Ich will jetzt da nicht ins Detail einsteigen, will nur sagen, Sparkassen auch? Ja, es haben auch Sparkassen in den letzten Wochen, Monaten, zum Jahresende Abschreibungen tätigen müssen. Die haben etwas mit der Zinsentwicklung zu tun, damit zu tun, dass das Anleihen schlichtweg weniger wert geworden sind, weil sie nicht mehr, oder weil sie noch zu alten Zinssätzen platziert worden waren. Das Gleiche ist im Grunde genommen dort passiert. Diese Bank hat enorme Umfänge an Staatsanleihen in den Büchern. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist sie relativ kurzfristig finanziert durch Einlagen von Menschen, Start-ups, die in den Silicon Valley Geld verdienen. Also das ist eine Schieflage gewesen zwischen der Aktiv- und Passiv-Seite, um es mal ganz platt zu sagen. Und insofern ist die Schließung schlichtweg erforderlich gewesen. Es gibt auch noch eine weitere Schließung einer kleineren, regionaleren Bank. Ich will jetzt nicht völlig klein reden, aber ich halte für ausgeschlossen, dass es wie bei Lehman damals, wo es ganz andere Verwerfungen gab im Immobilienmarkt in den USA, dass wir da das Gleiche erleben werden. Ich würde aber, wenn ich darf, weil wir ja über Nachhaltigkeit... Genau, ich wollte den zweiten Teil deutlich so... Wir sitzen hier in Frankfurt. Eigentlich müsste es doch die Hauptstadt oder gibt es sich zum Teil auch so von nachhaltiger Finanzierung werden. Und wenn man darüber spricht, wie soll man das Ganze stemmen, dann müssten wir doch hier im Paradies sitzen. So ganz ist das aber nicht der Fall. Ja, doch. Wir werden, ich behaupte, der grüne Standort in jedweder Hinsicht werden können, wenn wir es richtig machen. Es ist uns gelungen, vor gut einem Jahr, Stadt, Land und Bund gemeinsam, ich glaube, ich darf für uns reklamieren, dass wir uns dort wirklich sehr ins Zoll gelegt haben. Beispielsweise eine wichtige Einrichtung nach Frankfurt zu holen, das ISSB. Das kennen Sie. Das heißt, wir haben zukünftig in den Unternehmensabschlüssen, in den Jahresabschlüssen die Verpflichtung, Berichterstatten zu Nachhaltigkeitsfragen des Unternehmens. Das wird so wie der Anhang bisher bei IWS, welchen Abschlüssen auch immer, wird es zukünftig immer mehr eine Berichterstattung des Unternehmens geben müssen, inwiefern sie sich nachhaltig verhalten. So, und die Standardsetzung ist in Arbeit. Die findet im Wesentlichen hier in Frankfurt bei diesem Institut statt. Das heißt, die Unternehmen, die Sie eben angesprochen haben, die in den Hochhäusern, die haben unmittelbaren, auch geografisch sehr unmittelbaren Zugang zu dem, was da passiert. Also das ist ein wichtiger Punkt deswegen gewesen, weil ich glaube, dass Green Tech und Green Finance in Frankfurt wirklich eine Heimat haben. Wir haben ganze Start-up-Kohorten, hätte ich fast gesagt, in der Welt der Finanzdienstleistungsindustrie, die, ich sage mal, enzymatisch wirken und viele tolle neue Produkte, auch Technologien entwickeln. Ich würde aber trotzdem gerne, auch wenn Sie mich vielleicht nicht lassen wollen, noch mal etwas Grundsätzliches sagen. Wissen Sie, nicht, weil Sie es gesagt haben. Es steht mir nicht zu, Moderatorinnen zu kritisieren. Und ich meine auch Sie gar nicht persönlich. Aber ein bisschen geht mir hin und wieder die Diskussion in Deutschland auf den Geist. Darf ich es mal ein bisschen salopp ausdrücken? Es wird bei der Bildung gegrinst, wenn man sagt, er hat zu Recht gesagt, wir sind auf einem guten Standard. Ja, ich weiß auch, dass wir bei manchen OECD-PISA-Studien in Mathematik auf Platz 23 liegen und eigentlich der Anspruch wäre, dass wir unter den ersten fünf sind. Ich weiß auch, dass wir bei den Nobelpreisen irgendwo nicht so ganz vorne mit dabei sein. Und ich weiß auch, dass wir im Shanghai-Ring gegen den Hochschulen weltweit irgendwo unter den ersten 150 nicht vorkommen. Das ist eine Feststellung. Und vielleicht doch mittlerweile eine. Bestreitet er schon. Aber Sie wissen, was ich sagen will. Ich sage aber, im Ergebnis sind wir komischerweise mit 80 Millionen Einwohnern oder 83 Millionen die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Also ich bringe manchmal nicht so ganz zusammen, dass wir unsere Schüler und Studierenden alle irgendwie als Mittel- und Unterklassig und Unterdurchschnitt beschreiben und von Bürokratie und Hochsteuerland und all dem an Wettbewerbsnachteilen reden, die immer isoliert betrachtet ein Thema sein mögen. Das will ich nicht wegreden. Aber in der Gesamtschau haben wir, ich finde, seit Jahrzehnten ein sehr ordentliches Ergebnis in unserem Land. Und um es ganz konkret zu machen. Ja, ich kenne auch Schultoiletten, die nicht in Ordnung sind. Und die werden auch gerne ins Bild gestellt, weil sich jeder vielleicht an seine Schulzeit erinnert und sagt, habe ich auch schon mal gesehen. In die meisten Schulen, in die ich komme, regnet es nicht rein. Und da sind auch die sanitären Einrichtungen in Ordnung. Ich wäre einfach dankbar, wenn wir nicht alles schlecht reden und eine Debatte führen, wie wir sie in Parlamenten, auch in Wiesbaden führen, wo linke Politiker immer erklären, dass alles eigentlich Schutt und Bruch und Dalles ist. Das stimmt einfach nicht. Und diese Stadt, über die wir hier reden, hat einen Reichtum an Infrastruktur, an Intellektualität, an Kultur. Von der ich sage, kann man vielleicht auch mal sagen, eigentlich ist es schön hier. Frankfurt ist in manchen Studien, die sich mit Lebensqualitäten weltweit beschäftigen, vorne mit dabei, auf Platz 10, 11 aller Städte weltweit. So und vielleicht reden wir Frankfurter hin und wieder mal darüber, dass es so ist. Nochmal bitte nicht weit verstehen, hier sitzt keiner, das hat alles prima und wir können mal einen Gang zurückschalten, im Gegenteil. Wir kommen nochmal auf unser Thema. Wir haben irre Potenziale, wir haben eine tolle Kulturlandschaft in Frankfurt. Ja, das kostet alles Geld, aber das wechselseitige Ausspielen der einen Investition im Klimaschutz gegen die funktionierende Schule ist schon auch deswegen nicht richtig, weil wenn wir die Schule investieren und die Stadt ist als Schulträgerin für die Gebäude, wenn Sie so wollen und für das Sekretariat zuständig, ich meine das gar nicht despektiert, Sie wissen, wie ich das meine, Herr Berghoff, dann sage ich, wenn wir in Substanz einer Schule investieren, haben wir auch parallel schon was wieder für den Klimaschutz gemacht, weil die Heizungskosten dann noch weniger werden. Also wir müssen mal schwarz-weiß vielleicht ein bisschen weniger, sondern mehr konzertiert denken und da würde ich hin und wieder mir wünschen, dass wir auch ein bisschen zuversichtlich und zufrieden auf das schauen, was wir haben, aber was wir auch in der Lage sind zu leisten. Wir werden bald einen neuen Bürger, Oberbürgermeister in Frankfurt haben, das entscheidet sich ganz bald. Ich mache jetzt einen Vorschlag, wenn es okay ist. Nein. Ich bin jetzt dran. Herr Berghoff, was können Sie ihm sagen? Danach wird der Haushalt präsentiert, danach weiß er erst, was eigentlich los ist und Sie lassen sich in die Karten schauen. Können Sie ihm einen Haushalt darstellen, der sagt, hier, wir wirtschaften solide, wir haben noch Spielräume und wir sind auch für Krisen gewappnet? Naja, also zum einen ist tatsächlich das Datum, glaube ich, wo der neue Oberbürgermeister und ich erlaube mir zu sagen, ich bedauere es, dass ich jetzt nicht gendern muss, aber sei es drum. Das Datum, wo der neue Oberbürgermeister vermutlich vereidigt wird, ist im Mai, also der Haushalt wird vorher zumindest öffentlich sein, dann kann er sich noch überlegen, ob er das Amt antritt. Aber ich glaube, dazu besteht tatsächlich kein Anlass. Nein, ich glaube, die Prioritäten sind da schon klar und ich glaube, die Potenziale, die wir in Frankfurt haben, um das zu leisten, sind auch klar. Wir können uns die Transformationen leisten und wir müssen sie uns auch leisten. Wir müssen dazu priorisieren, das ist völlig klar, aber es besteht überhaupt gar kein Anlass, den Sand in den Kopf zu stecken, wie ein berühmter Fußballer gesagt hat. und insofern werden wir den Haushalt präsentieren, wo sicher alle sagen, na, ich hätte mir aber hier oder da noch mehr gewünscht oder hier oder da wird es aber schwierig. Das wird so sein, aber es ist kein Haushalt, der Anlass gibt zu großer Sorge, so hoffe ich doch. Herr Weichenrieder, ich bin hingeblieben, wir haben ja ein schönes Wortspiel, nachhaltige Finanzierung der Kommunen, Nachhaltigkeit und nachhaltige Finanzierung, Sie haben gesagt, Nachhaltigkeit und solide Finanzen widersprechen sich nicht. Ist das Land Hessen, ich schließe Sie jetzt mal mit ein, ist Frankfurt da gut aufgestellt? Geht das in die richtige Richtung? Naja, ich weiß es nicht. Ich bin da zu wenig drin in den Projekten gerade. Darum habe ich ja ein bisschen nachgefragt, was ist denn jetzt an grünen Projekten tatsächlich in Planung? Und die Kitas sind ja erst einmal so schön, wie sie sind, erst einmal wahrscheinlich CO2-förderlich. Also weniger CO2 gibt es, wenn wir alle weniger Einkommen haben. Aber das ist jetzt nicht wirklich ernst gemeint. Nee, also wie gesagt, man muss gucken, wo man die Prioritäten setzt und mein Plädoyer als Volkswirt ist, wir sind jetzt inzwischen so weit, wo wir die Umwelt in einem richtig guten Maße bepreisen. Und insofern sollte der Kämmerer gucken, wo rechnet sich auch tatsächlich das CO2-Sparen. Und ich denke, da ist ganz wichtig, dass man Fernwärme dekarbonisiert, dass man wegkommt von Öl- und Gasträgern bei der Fernwärme, das ist ein enormer Punkt. Natürlich haben wir in Frankfurt das Problem, dass wir wahrscheinlich von allen großen Städten die meisten Autopendler haben. Das ist, sagen wir mal, auch nicht förderlich für das CO2 zurück stellen. Dann gibt es natürlich Herausforderungen in der Ladeinfrastruktur für E-Autos und all diese Dinge. Und die kann man heute am Abend jetzt nicht alle abfrühstücken. Aber da ist letztendlich der Kämmerer, da ist die ganze Stadtpolitik gefordert zu fragen, für einen Euro wie viel weniger CO2 kriege ich und wie viel spare ich mal auch Euros ein, weil ich tatsächlich auch weniger Gas und Öl einkaufen muss, wenn ich die Manuver bin und dergleichen. Das sind die Dinge, die jetzt gemacht werden müssen. Und das eignet sich jetzt nicht so für eine Panel-Diskussion. Ich kann da nur die Leitlinien wiederholen. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht mehr so, dass ich mich so furchtbar darum kümmern muss, ob Geld sparen auch wirklich das Richtige ist für gute Umweltpolitik. Das geht mehr und mehr Hand in Hand und das ist eine gute Nachricht, die ich habe. So, jetzt Herr Baggerhoff verraten, welche Projekte in Planung sind. Ja, also zum einen will ich nochmal sagen, ich bin auch ein Freund dieser ökonomischen Mechanismen, um auch reale Kosten abzubilden. ich bin allerdings und Sie haben den Anstieg des CO2-Preises ja da beziehungsweise da gezeigt, allerdings muss man schon auch sagen, ein realer Kostenpreis wäre nochmal deutlich höher, deutlich höher. Ja, war, also da gehen die Schätzungen weit auseinander. Da gibt es Schätzungen, die sagen, der ist noch höher, aber nicht alle. Ja, es gibt bestimmt auch Schätzungen, die das nicht sagen. Ich glaube, die Mehrheit und der Kommensens vielleicht unter der Wissenschaft wäre deutlich höher, aber trotzdem ist dieser Mechanismus ein kluger. Es wird trotzdem kein Selbstläufer, bleibe ich auch dabei. Und, um es jetzt mal ganz konkret zu machen, wir haben seit 2006, wenn ich es richtig weiß, den Beschluss in Frankfurt, dass wir öffentliche Gebäude im Neubau im Passivhaus Standard bauen. Wir haben jetzt im Februar die erste Passiv Haus Klinik Europas in Betrieb nehmen können, in Höchst. Wunderbare Geschichte, natürlich gerade jetzt auch wirklich kostensparend, da bin ich ja bei Ihnen. Wir haben in der Tat im Verkehrsbereich massive Umbauten, auch massive weitere Ausbaupläne und da könnten wir uns jetzt lange überhalten über Planungszykler und wie lange so eine Maschinenstrecke dauert. Wir haben im Fernwärmebereich gerade Beschlüsse gefasst, wo wir auch da weiter ausbauen. Wir haben bei der Minova einen Umbau eines noch existierenden Kohlekraftwärmekopplungskraftwerks in zunächst mal Gas, aber H2 ready, wie man heute so schön sagt. Also wir haben da einen Haufen konkrete Projekte und insofern sind wir da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Aber ich sage es nochmal, ich glaube, wenn wir mit der Geschwindigkeit, die wir bisher haben, einfach so weiterlaufen, dann können wir natürlich sagen, na gut, China hat es auch nicht geschafft. Aber wir werden es definitiv nicht schaffen. Da muss schon noch Geschwindigkeit dazu und all diese Mechanismen, die Sie genannt haben, helfen. Aber ich glaube, es ist auch nicht zum Selbstläufer geworden inzwischen. Dankeschön. Herr Finanzminister, ich werde jetzt Ihnen das Schlusswort sozusagen erteilen. Wir sind am Ende der Diskussion, damit auch noch Fragen gestellt werden können. Nachhaltigkeit, das ist die Schuldenbremse, darauf zu achten, dass man nicht dauernd Ausnahmen findet? Stimmt, die Kreativität aller Beteiligten ist teilweise sehr hoch, Ausnahmen zu finden, um die Schuldenbremse zu umgehen. Das apostrophe ich jetzt, weil das nicht immer auch gegen die Verfassung ist, aber schon sehr viel Kreativität freigesetzt wird. Die Nachhaltigkeit der Finanzen ist für mich aber ein genauso wichtiger Aspekt wie die Nachhaltigkeit im ökologischen Sinne oder im sozialen Sinne. Wir reden ja heute Abend eher über ökologische Ziele. Wir müssen ja bei ESG auch die Frage der sozialen Komponenten eigentlich mit berücksichtigen. Und ich würde vielleicht auch nochmal sagen dürfen, nochmal zum Verkehr, den er angesprochen hat. Ich glaube, Stadt und Land haben noch nie so viel Geld investiert in den öffentlichen Personennahverkehr. Wir haben für alle Schülerinnen und Schüler seit einigen Jahren ein Schülerticket. Das sind 800.000 Schülerinnen und Schüler in Hessen. Wir haben ein Seniorenticket, wir haben ein Jobticket, ein Hessenticket, also an verschiedensten Stellen versucht, dem entgegenzuwirken. Die Mobilität ist angesprochen worden. Frankfurt hat ein besonderes Problem aufgrund der Pendler, dass Menschen umsteigen vom Auto schlichtweg auf die Bahn oder den Bus. Da kommt der ländliche Raum hin und wieder und erklärt, wäre gut, wenn ein Bus fährt. Deswegen müssen wir achtgeben, dass wir nicht nur die Ballungsräume im Blick haben, sondern das gesamte Land. Wir haben durch Corona einen positiven Aspekt, bei jeder Krise ist auch vielleicht noch ein Funken irgendwo, von dem man lernen kann oder profitieren kann. Durch die Entwicklung in Richtung Homeoffice, mittlerweile in den Verwaltungen, nicht nur der öffentlichen Hand, sondern auch der Banken und der vielen Dienstleister, die hier an Ort sind, schlichtweg deutlich weniger Bedarf an Bürofläche. Wir haben deutlich weniger Pendler, weil zwei oder drei Tage in der Woche von zu Hause aus gearbeitet wird. Wir haben Veränderungsprozesse erlebt in den letzten zwei, drei, die bei mir auch viele Ideen und uns freigesetzt haben, wo können wir denn am Ende auch ökologisch davon noch profitieren, dass wir so eine Krise gehabt haben. Und all das zusammengenommen führt bei mir dazu, es muss kein Gegensatz zwischen nachhaltigen Finanzen und nachhaltig ökologischer sozialer Politik sein, sondern wenn man das zusammenfügt, kann an vielen Stellen was Gutes rauskommen, das klingt nicht immer, bei manchen Dingen bin ich auch enttäuscht, er hat angesprochen die Frage, was mache ich denn als erstes als Kämmerer oder als Finanzminister, wo investiere ich, CO2 zu sparen, um die Kosten runterzudrücken, man muss ehrlicherweise sagen, wir kennen die Kosten gar nicht so genau, ich bin im Gespräch mit der Bundesbank genauso wie mit dem Potsdam-Institut für Klimaforschung, weil mich interessiert als Finanzminister zunächst mal, wo haben wir am schnellsten die größten Effekte bei CO2-Minderung, aber alle sagen wir, eigentlich gibt es diese Benchmark nichts, jedenfalls keine, die die Gesamtheit umfassen, ja, ich kann auch rechnen, Auto braucht pro 1 Kilometer so und so viel CO2-Ausstoß, wenn ich das dann rechne, mit dem Bepreise, dann habe ich da eine Zahl, aber sie ist nicht so ganz vollständig, ohne dass ich es völlig außer Acht lasse, Herr Dr. Bergerauf, wir müssen Prioritäten setzen, ist völlig klar, auch wir setzen Prioritäten übrigens neben Mobilität, ÖPNV in die Richtung Gebäudesanierung, Hochschulgebäudesanierung, um einen Kern zu nehmen, aber viele andere auch, also es ist auch vieles auf dem Weg und wir fangen nicht erst jetzt mit Klimaschutz an in den öffentlichen Haushalten, das machen wir teilweise schon seit vielen Jahren oder seit wirklich vielen Jahren in Ansätzen und aufwachsend, insofern Frage von Prioritäten bleibt, er hat die Kinderbetreuung angesprochen, das ist ein Wunsch, den unsere Gesellschaft hat, das kostet sehr, sehr viel Geld, ist eine der größten Lasten der Kommunen dort, Sozialausgaben, da gehören diese auch zu, aber wer alles auf einmal will, wird irgendwann ein Problem bekommen, deswegen müssen wir bei manchen Dingen auch, er hat es glaube ich, Herr Dr. Bergerauf angedeutet, da und dort halt auch mal Nein sagen oder es geht erst später. Das macht man normalerweise nach den Wahlen, nicht vor den Wahlen, hiermit möchte ich die Diskussion an dieser Stelle soweit beenden, die Frage in ewiger Schuld, ja, in Schulden werden weiter gemacht, ob sie gute oder schlechte Schulden sind, um es mal so auszudrücken, das wird die Zukunft zeigen, aber ich glaube, wir haben verstanden, dass ganz klar der Fokus auf Nachhaltigkeit liegt, sowohl was die Finanzierung, die Finanzen angeht, aber auch wofür Geld ausgegeben wird. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und hiermit eröffne ich die Fragerunde. Bitteschön. Dankeschön, Julian Toss vom Klimabündnis Städtenetzwerk. Klimaschutz und Klimaanpassung sind ja immer noch freiwillige Aufgaben der Kommunen und Frankfurt mag vielleicht noch in einer recht komfortablen Lage sein, aber gerade im ländlichen Raum Kommunen, die weniger wohlhabend sind, müssen ja knallhart priorisieren, müssen knallhart die Pflichtaufgaben priorisieren und freiwillige Aufgaben werden hier zuerst zur Disposition gestellt. Oft gibt es schlicht nicht die Kapazitäten, Fördermittel überhaupt zu beantragen für Klimaschutz und Klimaanpassung. meine Frage, ist es nicht Zeit, Klimaschutz und Klimaanpassung als kommunale Pflichtaufgaben zu verankern und diese Stichwort Konnexitätsprinzip mit einer Fördermittelunabhängigen Grundfinanzierung zu versorgen, damit wirklich jede Kommune in Hessen zumindest ein Mindestmaß an Klimaschutz und Klimaanpassung betreiben kann? Es geht ja schließlich hier um die Zukunftsfähigkeit unserer Heimat. Danke. Wer möchte das beantworten? Ja, es vielleicht an mich adressiert, ich halte wenig davon, dass wir noch mehr Korsett- und Rahmensetzungen einpflegen in auch die Kommunalfinanzen. Ich sage mal eins, am Ende entscheidet der Wähler und der Bürgermeister und der Gemeinderat und die Stadtverordnetenversammlung, die sagt, das Thema interessiert mich nicht, ich kenne sie nicht und deswegen glaube ich, sollte man zunächst mal unterstellen, dass alle guten Willens sind, auch in den 435 Kommunen, die wir in Hessen haben. Behaupte ich jetzt einfach mal und kann es auch im Einzelfall belegen. Was wir als Land machen ist, bei den Klimaschutzplänen, die die Kommunen aufzustellen haben, am Ende des Tages stehen wir an vielen Stellen beratend zur Seite, Energie, Landesenergieagentur als ein Beispiel. Das heißt, es gibt eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen dem Land und den Kapazitäten, die wir dort haben, über natürlich auch die Forschung, die Hochschulen, aber auch die Landesbehörden auf der einen Seite und den Kommunen, die, da haben Sie recht, wahrscheinlich und häufig zu klein sind, um sich in irgendeiner Form durch irgendwelche Förderdschungel zu wühlen. All dafür gibt es aber enorme Beratungsleistungen und Kooperationen des Landes, auch übrigens innerhalb der kommunalen Familie, selbst ohne, dass wir was dazu tun. So und insofern ausdrücklich, die Länder sind verfassungsrechtlich Teil der Kommunen und ich habe auch nie unterschieden und das will ich vielleicht auch noch mal sagen dürfen, weil eben mal das mit dem Kaugummi und dem Kind, also wir sind auf Augenhöhe. Ja, ich bin auch ein kommunaler Bürger und der Haushalt der Stadt Frankfurt hat ein Volumen, wo ich sage, also wie käme ich mir denn vor, wenn ich ihm dauernd erklären müsse, was er zu tun und zu lassen hat. Wenn wir es nicht schaffen, im wahrsten Sinne des Wortes vor Ort in den Kommunen angefangen, das Bewusstsein weiter zu steigern. Ich sage nicht, dass es schon ausreicht. Und das mit den Prioritäten, was Sie sagen, am Ende auch dadurch zu lenken, dass wir in Wahlgängen schlichtweg auch diejenigen belohnen, die offenkundig sich diesem Thema erfolgreich und konstruktiv zuwenden und zwar auch nachweisbar zuwenden, dann hätten wir eh ein Problem. Und insofern weniger, nicht mehr Regeln, sondern schlichtweg diesen gemeinsamen Weg definieren zwischen Land und Kommunen. Und da glaube ich, gibt es ganz viele gute Beispiele, unzählige Beispiele, wo das auch gut funktioniert. Können Sie Hilfe anbieten? Naja, also meine Antwort wäre vielleicht als kommunaler Vertreter ein bisschen, ein bisschen anders. Ich muss gestehen, also auf der einen Seite habe ich Angst vor Pflichtaufgaben, weil nämlich besagtes Konnexitätsprinzip leider selten, sorry, leider selten wirklich umgesetzt ist aus meiner Sicht und auch der des Deutschen Städtetags und des Hessischen Städt- und Gemeindebunds und so weiter und so fort. Und es ist leider viel zu oft so, dass es heißt, okay, das ist jetzt Pflicht und klar, wir helfen dir auch, aber die Hilfe deckt die Kosten nicht. Ich habe auf der anderen Seite aber natürlich mit der Situation zu kämpfen, dass Teile der Aufgaben sind Pflichtaufgaben, andere nicht. Und dann ist es schon, wie Sie so sagen, wenn man klamm ist, dann hat man Schwierigkeiten, die nicht pflichtigen Aufgaben auch noch zu argumentieren und zu erledigen. Ich habe aber, was sozusagen den Ausweg aus der Situation angeht, den ich mir wünschen würde, noch was anderes anzubieten. Und das wäre vielleicht auch im Hinblick auf die Frage, was sind eigentlich gute Schulden und was sind schlechte Schulden, eine spannende Sache. Meine Behauptung ist, wir haben im investiven Bereich, in Frankfurt nicht, aber in vielen anderen Kommunen auch nicht, nicht das primäre Problem, sondern wir haben das primäre Problem, dass wir in der Kürze der Zeit so viel tun müssen, dass wir dafür eigentlich viel mehr Menschen bräuchten. Nun sind Personalausgaben keine investiven Ausgaben. Ich brauche diese Menschen, wenn die Transformation gemacht ist, dann brauche ich die Menschen für die Transformation ja auch nicht mehr. Ich würde mir wirklich wünschen, wir könnten irgendwie Wege finden, wie wir auch in den Finanzverfassungen es möglich machen würden, im Rahmen dieser Transformation auch mit Personalkosten so umzugehen, dass wir einen vorübergehenden Aufwuchs hinnehmen, um den Umbau zu schaffen, im Rahmen des engen Zeitfensters, was wir haben und in diesem Rahmen dann auch in Kauf nehmen, dass jetzt streng finanzwissenschaftlich nicht investive Kosten trotzdem auch möglich sind, weil sie Voraussetzungen dafür sind, dass ich die Investitionen, die ich tun muss, überhaupt tätigen kann und weil sie ein Stück auch Voraussetzungen sind für den Werterhalt von öffentlicher Infrastruktur. Es hilft mir schlichtweg nichts, wenn ich am Ende kein Gas mehr habe, jetzt haben wir vielleicht ein bisschen Glück und Wasserstoff kann auch durch das existierende Netz gefasst werden, aber wenn ich am Ende kein Gas mehr habe, aber noch ein Gasnetz. Und dieses Problem muss ich in kürzester Zeit lösen und da wäre, glaube ich, eine Diskussion am Platze, wie man das nicht nur mit investiven Mitteln hinkriegt, sondern auch mit Know-how und Personal und den Möglichkeiten, die auch zu beschäftigen. Ich hatte hier auf der Seite auch noch eine Frage gesehen oder eine Hand. Bitte. Also erstmal herzlichen Dank. Spannender Vortrag für ein nicht ökonomisch lehrreich und auch eine interessante facettenreiche Diskussion. Zunächst mal nur ein kleines aperçu. CO2-Preis meine ich schon, dass man den irgendwie natürlich definieren kann, was ein adäquater Preis wäre und das wäre nämlich, was kostet es heute, um CO2 eine Tonne wieder aus der Atmosphäre zu holen. Da liegen wir bei 600 bis 1000 Dollar pro Tonne. Und wir sind jetzt bei 100. Also da ist schon noch Luft nach oben, wenn ich tatsächlich eine CO2-Tonne auch wieder zurückführen will. Aber meine Frage, ich weiß gar nicht, an wen ich die jetzt eigentlich richten soll. Ist vielleicht auch an den Wissenschaftler ein bisschen gerichtet. Zwei Dinge, also super verstanden, Verursacherprinzip hilft uns sehr. Ich bin auch überzeugt, Marktmechanismen wirken da. So, dann würde ich aber jetzt doch auch argumentieren, da müssen wir doch eigentlich an mehreren Stellen mehr Marktmechanismen einziehen, die das Verursacherprinzip berücksichtigen. Also, wir reden ja auch über Flächenverbrauch, wir reden über Biodiversitätsverlust, wir reden über Wasserprobleme, wir reden über Stickstoff und Phosphor. Und da sind wir noch nicht so weit wie beim CO2. Da regeln wir das immer noch über andere Mechanismen. Und eigentlich müssten wir an vielen Stellen, wo wir jetzt nicht nur Klima, sondern Nachhaltigkeitsprobleme haben, eigentlich mit einem ähnlichen Mechanismus reingehen, dass ich eigentlich diese externen Kosten auch wirklich irgendwo auf den Verbraucher umlege. Und das Zweite, für mich so eine grundsätzliche Frage. Je später wir die Transformation schaffen, desto größer sind die Kosten, die auf uns zukommen. Ahrtal ist ein schönes Beispiel. Also, wir wissen im Prinzip, Vorsorge ist billiger als Nachsorge. Und jetzt habe ich dagegen, Investitionen oder Schulden dürfen eigentlich ein bestimmtes Maß nicht überschreiten. Also müsste es irgendwo ein Optimum geben. Also, das ist dann vielleicht die Frage an Wissenschaftlern nicht. Die laufen ja gegenläufig. Die Kosten, die jetzt verlangsamte Transformation, die werden immer höher. Und wenn ich Schulden mache, habe ich natürlich auch immer mehr Probleme. Also, wo ist eigentlich ein optimaler Punkt? Wie viele Schulden sollte ich machen? Und da könnte ich mir eben schon vorstellen, dass die schwarze Null an der Stelle nicht wirklich funktionieren wird in einer solchen Zeit der Transformation. Wenn ich weiß, verspätete Transformationen kostet mehr. Ja, vielleicht, wenn ich darf, zuerst so einen 600 Euro. Naja, es ist natürlich so ein bisschen in der Ökonomie, es hängt immer an dem Vergleichsmaßstab, den man anlegt. Man kann die Geschichte erzählen von dem 50-jährigen Pärchen, wo die Frau sagt, wenn irgendwas zu kaufen ist. Aber wir haben doch damals das gekauft und das war ganz teuer. Und das ist jetzt billiger. Und verglichen zu dem ist es doch gut. Also, wenn ich natürlich jetzt heute im Prinzip noch kein CO2 wieder rausholen kann, das als Vergleichsmaßstab zu nehmen, das ist überzogen, weil es ja nicht berücksichtigt, dass möglicherweise die Preise in der Zukunft sinken, weil die Technologie besser wird. Das berücksichtigt nicht, dass ja die Hälfte des CO2 zumindest geringere Kosten hat, weil es über die Jahrzehnte ja im Meer gebunden wird und so. Das muss ich Ihnen als Naturwissenschaftler alles nicht erklären. Also die 600 Euro, die sind, die würde ich jetzt nicht in den Vordergrund stellen, wenn ich also meinen Studenten dann realistischen CO2-Preis nennen würde. Dass der höher sein kann wie 100 Euro ja geschenkt. Aber wie gesagt, selbst da differieren die Ergebnisse. Also letztendlich ist es in der Tat so, man muss ein gesundes Maß finden und man muss auch ein Maß finden, das man finanzieren kann und das nicht gleichbedeutend ist wie mit in den Meinspringen. Weil das ist eben das, was nichts bringt, weil es uns auch wirklich niemand nachmacht. Ich glaube, das was enorm wichtig ist, ist, dass wir endlich in dieser Diskussion feststellen, dass es wirklich nur geht über Hebel. Deshalb eben auch meine ungewöhnlichen, lobenden Worte für Amerika, die selber, gut, man denkt immer, die nehmen sich nicht zurück. In Wahrheit haben sie sich sogar unter der Trump-Regierung ja ihren CO2-Ausstoß vermindert. Also ganz so schlimm sind die Amerikaner nicht. Aber sie sind natürlich auf einem Riesenniveau. Also sie sind kein Vorbild für uns. Aber wo sie ihren Vorbild sind, ist, die nehmen jetzt wirklich Geld in die Hand für Technik, die diese Kosten nach unten senkt. Und darum geht es. Weil wir werden diesem ganzen Klimaproblem wirklich nur entweichen können, wenn die Menschen mitmachen. Und die Menschen machen dann nicht mit, wenn es ihnen am Geldbeutel enorm schädigt. Ich meine, wir sitzen in einer komfortablen Position und wir können sagen, na gut, wir können vielleicht auch irgendwie 5% unseres Einkommens, die 100 Milliarden auf 3.600 Milliarden GDP, Protoinlandsprodukt gerechnet. Das geht vielleicht noch. Aber wir reden ja auch über Länder mit einem Durchschnittseinkommen von 5.000, von 6.000 Euro im Jahr. Das muss ja dort auch noch funktionieren. Und das wird nur funktionieren, wenn die letztendlich in vielen Belangen des Carbon-Zeitalters überspringen. Und dazu müssen die Techniken hinreichend günstig sein. Wir sind schon ein bisschen am Überziehen. Jetzt kommen die Fragen. Aber ich möchte dieser Dame auf der rechten Seite den vorzugeben. Das war so schön zuversichtlich gezeichnet. Das Bild der Frankfurter Finanzen, das ich jetzt doch noch mal kritisch nachfragen muss. Herr Dr. Wallmann, der Präsident des Hessischen Rechnungshofes, hat uns in Frankfurt attestiert, dass wir von der Substanz leben. Wir haben es geschafft, innerhalb von vier Jahren vor der Corona-Krise und vor dem Ukraine-Krieg, hier war von unserem Finanzminister betont, dass man in guten Zeiten Reserven anlegen möge. Wir haben es geschafft, die Rücklagen zu halbieren. 2016 hatten wir noch 770 Millionen, nein, ja, 2016 770, 2020 waren es dann nur noch 370. Im Blick darauf, dass die Transformation Milliarden kosten wird, auch ein Bau der städtischen Bühne eine Milliarde kosten wird, möchte ich doch noch mal kritisch nachfragen, ob die Finanzen so zuversichtlich stehen bleiben können, wie sie gezeichnet wurden, ohne in der Apokalypse zu verfallen. Das geht an Sie. Vermutlich. Wobei, vielleicht geht es auch mehr an meinen Vorgänger. Also ich bin ja seit September 2021 Kämmerer und Sie haben es korrekt dargestellt und ich bedauere das auch ausdrücklich, dass wir tatsächlich in den Zeiten vor den Krisen Rücklagen abgebaut haben, immer weiter. Im letzten Jahr, gut, habe ich vielleicht ein bisschen mehr Glück gehabt oder was auch immer der Grund war, haben wir wieder ein Stück aufgebaut, real. In diesem Jahr, beziehungsweise im vorletzten Jahr, im letzten Jahr haben wir ein deutliches Defizit geplant. Der Jahresabschluss ist noch nicht ganz fertig, aber wir werden dieses Defizit auch nicht realisieren, sondern auch in der Tendenz eher ein bisschen Rücklagen wieder aufbauen können. Und insofern, glaube ich, ist dieser Trend, zumindest real, in den Abschlüssen gebremst. Aber das ist natürlich alles kein Selbstläufer. Also ich glaube aber nach wie vor, ich bin auch echt der Letzte, der das Bild sozusagen übermäßig rosig malt. So ist es nicht, weil sich tatsächlich die Haushaltsaufstellung ist immer spannend und Sie haben immer mehr Wünsche und es wird auch immer Dinge geben, die wir tatsächlich nicht tun können. Aber wenn wir es darauf fokussieren, können wir uns die Transformationen leisten, dann bleibe ich dabei. Die können wir uns leisten, soweit sie überhaupt realistisch tatsächlich umsetzbar sind. Das gehört übrigens auch zur unangenehmen Wahrheit. Das geht Frankfurt so, das geht, soweit ich weiß, fast allen Kommunen so, dass wir im investiven Bereich immer mehr Geld einplanen, als wir ausgeben. Und wir wären, ich wäre glücklich als Kämmerer, wenn wir ein bisschen diesen Gap schließen könnten und wenn der Preis in Anführungszeichen dafür ist, dass wir tatsächlich dann auch mehr ausgeben, dann ist das gut. Vielleicht ist es nur realistisch, wenn wir manchmal auch ein bisschen weniger planen, diesen Gap zu schließen. Eine Frage haben wir noch oder einen Fragesteller. Leider nicht mehr mehr Zeit. Ich, genau. Also ich wundere mich etwas, dass Minister Boddenberg von der Einhaltung der Schuldenbremse spricht. Bei 300 Milliarden neuen Schulden und den Corona-Schulden noch obendrauf. Aber die Frage, die mich am meisten umtreibt, schon seit Jahrzehnten ist, wie viel Schulden, es gibt die berühmte Schuldenuhr, wie viel Schulden darf ein Staat machen? Das richtet sich an den Wissenschaftler jetzt. Wir haben ja in den letzten 100 Jahren auch zweimal Währungsreform und vorher Inflation erlebt, dass das Geld nichts mehr wert ist. Und es würde ja auch die Demokratie gefährden in seiner Gesellschaft. Also wie viele Wünsche dürfen wir erfüllen oder können wir erfüllen? Und wann ist die Gefahr, dass alles den Bach runtergeht, wie man das so sagt? Ja, wenn ich darauf antworten darf als Erster. Also letztendlich ist es immer ein Zusammenspiel zwischen Schulden, zusätzlichen Schulden und Wachstum. Das Wachstum ist eine ganz wichtige Variable in dieser Gleichung. Und deshalb sind ja die Märkte immer so nervös, wenn das Thema Italien aufkommt, weil Italien nicht nur hohe Schulden hat, sondern nicht wächst. Also es ist ja ganz einfach vorzustellen. Stellen Sie sich vor, Sie haben also eine halbe Million Schulden, aber Sie haben 10 Millionen Einkommen im Jahr, dann jucken Sie eine Million Schulden nicht. Aber wenn Sie natürlich ein armer Schlucker sind, dann erstickt Sie diese Millionen. Und so ist es auch mit Ländern. Letztendlich kann ein Land, wenn wir jetzt hergehen und uns auf die 3% Maastricht-Defizite konzentrieren, dann könnte natürlich ein Land wie Deutschland jedes Jahr 3% Defizit fahren. Immer Schulden machen. Immer zusätzliche Schulden machen. Aber wichtig ist, damit es funktioniert, muss das nominale Wachstum, also die reale Wachstumsrate plus die Inflation deutlich über diesen 3% liegen. Also Sie alle kennen ja diese Zahlen, die wir seit 1990 durcheinander, also mit denen wir umgehen. 3% Defizit und 60% Staatsverschuldung als Prozent vom Bruttosozialprodukt. Das geht sich langfristig genau dann auf, wenn unsere Wirtschaft um 5% wächst jedes Jahr. Nominal. Real schaffen wir das ja eh nicht. Aber nominal ist es auch schon verdammt hart geworden, weil ja unsere Inflationsraten die letzten Jahre so runtergegangen sind. Also dieses Spiel zwischen jährlichem Defizitquote und dieser Wachstumsrate ist enorm wichtig. Man kann sich diese Schulden leisten, wenn man wächst und man kann sie sich nicht mehr leisten, wenn man nicht mehr wächst. Insofern sind diese Schulden ja auch so gefährlich. Oft wird ja gesagt von linken Medien, die Taz oder so, der Kapitalismus ist ganz schlimm, weil der immer wachsen muss. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Der muss nicht immer wachsen. Im Gegenteil, er könnte auch in der Stagnation verfallen, wenn wir keinen technischen Fortschritt mehr haben. Der einzige Grund, warum man trotzdem doch wachsen muss, weil wir halt in der Vergangenheit über unsere Verhältnisse gelebt haben, weil wir Schulden angehäuft haben und Teile der Schulden, Herr Buddenberg hat es angesprochen, stecken gar nicht so in dieser Staatsverschuldung drin, sondern die stecken auch noch in unserem Rentenversicherungssystem drin. Und wenn also jetzt jemand jahrelang eingezahlt hat und er will dann am Schluss eine Rente haben und die Jungen sagen, aber wir wollen jetzt aber nicht mehr wachsen und wir gehen jetzt alle heim und machen einen auf drei Tage Woche, dann wird es nicht mehr funktionieren. Nicht, weil die Marktwirtschaft diese Wünsche der Leute per se nicht befriedigen könnte. Wenn man von Anfang an so anfängt, dann wird es wunderbar gehen. Die Marktwirtschaft ist herrlich flexibel. Aber wenn man natürlich sich einen großen Rucksack auf die Schulter geschnallt hat aus der Vergangenheit, dann wird es schwierig. Ich würde gerne noch ganz kurz zumindest einsatzlos werden. Ich habe von der Schuldenbremse des Landes Hessen gesprochen. Wir haben uns immer an diese Schuldenbremse gehalten. Das einzige Jahr, das wir ein Defizit hatten, ist 2020. Ansonsten haben wir seit 2016 jährlich getilgt. Also haben das auch aktuell wieder vor im aktuellen Haushalt. Der Bund, den Sie angesprochen haben mit 300 Milliarden, da könnte ich jetzt noch ganz andere Summen nennen, hat ein größeres, deutlich größeres Problem als wir. Sie wissen das möglicherweise, wissen Sie, dass eine Klage anhängig ist der Opposition im Deutschen Bundestag gegen Sondervermögen, die umgewidmet worden sind. Ich mache jetzt hier keine Parteipolitik, will nur sagen, dort gibt es tatsächlich ein großvolumiges Problem im Bundeshaus. Gar keine Frage. Lindner will allerdings im nächsten Jahr wieder zurück zur, ich sage jetzt mal, schwarzen Null, um es ein bisschen ins Bild zu setzen. Ob das gelingt, weiß ich nicht. Allerdings hat er auch Polster, mit denen er eine schwierige Phase im nächsten und übernächsten Jahr noch überwinden kann. Aber das wird eine andere Baustelle. Sie werden irgendwann und ich in der Zeitung lesen, wie Karlsruhe entschieden hat bezüglich der Frage Einhaltung der Schuldenbremse auf Bundesebene. Okay, an dieser Stelle mache ich jetzt einen Punkt, bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen hier vor Ort, aber natürlich auch bei denen, die uns über Internet zugehört haben und ich nehme mit, es ist am besten im wahrsten Sinne aus den Schulden herauszuwachsen oder über die Schulden hinauszuwachsen, um nicht in ewiger Schuld zu sein. Dankeschön.